Man kann es ja sagen, es war ja wirklich so, Manuel hat gesagt, okay, was machst du denn? Dann habe ich gesagt, okay, das und das. Und dann sagt er, wie, das hast du gemacht, also an Stoff, mhm, viel zu wenig. Also 13 Gramm die Woche und 56 Einheiten, gut, also das war nur diese eine Saison, aber dann wird das andere wohl, die Hälfte, das ist immer noch brutal. Und ja, also ich war ja, ich war ja als Profi, ich war ja, ich war ja immer gerade so über einen Gramm. Nee, du wirst es nicht wissen, aber früher gab es diese Eifel Funko. Das gibt es immer noch. Die 50er, aber nicht hier in Deutschland. Also ich kenne Leute, die haben so eine Packung in zwei Tagen vernascht. Aber würdest du, würdest du heute behaupten, dass wenn du das früher gewusst hättest oder so gemacht hast auf dem Level, dass du ganz anders ausgesehen hättest? Holger, würdest du heute behaupten, dass du mehr investiert hast, als rausgenommen in den Sport? Das ist halt rangeballert, rangeballert. Und das ist immer das, okay, deswegen ja auch nur die zehn Jahre. Würdest du aber heute mit dem Wissen, was du heute hast, hättest du früher anders gearbeitet? Also auch was die Materie angeht, auch die Stoffthematik, würdest du anders arbeiten? Hat dich das weiterentwickelt oder was damals? Ja, weil du hast vorhin was gesagt, Insulin hat dich nicht mehr so hart gemacht. Hast du gesagt, würdest du das heute als Hauptproblem sehen, weil die alle so in Übermengen an... Ich habe mal Insulinpläne gesehen, wo drauf stand, von Milos 100 Einheiten. Vier mal 25 Einheiten. Also würdest du das da... Ja, ich merke ja auch, wenn ich ja immer an den Stellen... Du merkst richtig, wo das dann immer die Haut dicker ist, als wie an den Stellen, wo du mich spritzt. So, einen wunderschönen guten Tag oder Abend wünsche ich euch. Ich hoffe, es geht euch gut. Willkommen zurück auf dem YouTube-Kanal oder auch für eine weitere Podcast-Folge. Ich habe heute einen Teamkollegen an meiner Seite oder, wie gesagt, für mich eine große deutsche Beide-Bilding-Legende. Vielleicht kennen ihn einige von euch. Die jüngere Generation weiß jetzt nicht, wie weit sie Videos gucken. Und für mich ist das heute ein besonderer Tag, wenn ich das so sagen darf, weil... Ich war und bin heute immer noch ein großer Fan von dir. Ich habe damals die ganzen Team-Andro-Videos gesuchtet, die ganze Vorbereitung. Du warst damals sogar noch bei... Ich war bei was Besten dazwischen. Weiter warst du auch kurz und wegen dir, ich weiß noch ganz genau, habe ich so weiter Amino-Caps gekauft. Die habe ich auch so... Du hast die mal auf dem Parkplatz so genippt und ich habe das genauso gemacht. Glutamin hast du immer genippt. So, herzlich willkommen, Ronny Röckel. Ich danke dir für die... Also, dass du es angenommen hast, dass du Zeit gefunden hast. Ja, wie geht es dir erstmal vorweg? Ja, mir geht es gut, gesundheitlich. Das Wichtigste ist ja immer die Familie, dass das alles läuft, dass das alles gut ist. Und dass man da einen Punkt hat, wo man immer sein kann, wo man geerdet ist. Und die einem halt nie in den Stich lässt, Frau und Kind. Das ist immer wichtig. Ja, finde ich gut, finde ich gut. Und wie läuft es sporttechnisch? Bist du noch fleißig am Trainieren? Ja, jetzt wieder. Wie gesagt, war ja das mit dem Hausbau. Hast du ja sicherlich mitbekommen. Und es ist aber natürlich schwer, da reinzukommen. Und ich will mich da jetzt auch nicht jetzt... Gut, ich hatte 108 Kilo, wo ich mit dem Hausbau begonnen habe. Und bin dann runter auf 98 über diese sechsten Monate, weil einfach der Stress, zu wenig Essen, zu wenig Training und einfach die Regeneration, dass die ständige, wie soll ich mal sagen, also ich war ja immer im Defizit mit der Ernährung, weil wenn du 9 Stunden oder 8 Stunden körperlich arbeitest oder 5, dann verbrennst du natürlich so viele Kalorien, die kannst du gar nicht essen. Und jetzt bin ich aber wieder gut drin, bin jetzt wieder so bei 102, 103 Kilo. Und ja, aber ich möchte auch noch ein bisschen voller werden. Aber sagen wir mal, der Look so wie früher, den bekommt man halt nicht mehr. Das ist klar. Macht das was mit der Psyche, wenn man früher so ausgesehen hat, heute so? Oder ist man damit im Reinen? Ja gut, irgendwo muss man ja realistisch sein. Ich meine, man kennt ja jetzt nur sehr viele andere Sportler, wie gesagt, wo man die, wie sagen wir, die Ernährungsprozesse sieht. Jay Cutler ist ein Jahr jünger, Dexter ist zwei Jahre älter, aber alles so unter Dreh. Und da sieht man das halt, ja, das ist halt einfach auch der Dexter. Wir waren ja auf der Bühne, hatten ja viel zusammen Wettkämpfe. Und Dexter war vielleicht 5 Kilo schwerer. Aber ja, man kann halt diesen, wo man auch immer denkt, okay, das geht nie weg. Aber klar, es geht weg. Es ist halt so. Ich meine, gutes Beispiel ist ja auch der Dennis. Hat der auch abgeschmissen. 30, 35 Kilo. Gut, es geht ja darum, gesund und fit zu sein. Aber da, also, was werde ich denn jetzt haben? Vielleicht noch ein 48er Ärmel oder so. Ja, nur. 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 Ich hatte mal 54. 54 war's. Ja, aber man guckt schon immer und denkt immer, eine Scheiße. Und wenn man dann die Bilder sieht von früher, das ist dann schon ein bisschen immer... Ja, aber das ist glaube ich... Ich sage immer, wer nicht alt werden will, muss jung sterben. Das ist, glaube ich, der Lauf der Welt. Also, würdest du sagen, in dir ist und bleibt immer noch ein Tick Bodybuilder. Also, so Ernährung und so ist alles noch clean? Also, hast du deine Routine? Alles, das läuft alles so weiter. Also, ich esse früh meine Haareflocken, meinen Hüttenkäse, meinen Hühnchenreis, Rind, Kartoffeln und so. Also, das, wie gesagt, nehmen jetzt meine Produkte vom Sponsor, vom ZEG Plus. Und ja, also immer, es läuft alles so weiter. Ne? Okay, finde ich gut. Äh, wir haben heute einen roten Faden, auch für die Community. Ich würde da eine Karriere ein wenig aufspulen, weil das für mich sehr interessant ist. Kann man sagen, du bist der erfolgreichste deutsche Bodybuilder gewesen, neben Dennis Wolf? Oder bist du der erfolgreichste deutsche Bodybuilder gewesen bis dato? Nein, nein, kann man nicht sagen. Also, man geht ja immer, das höchste ist ja die Mr. Olympia. Und da war der Dennis der erfolgreichste. Also, der war ja neunmal im Finale bei der Olympia. Ich war es leider nur einmal. Dafür dann zweimal in der Top Ten auf alle Fälle. Also, es geht dann so, also das Ranking für mich jetzt wäre so Dennis. Dann kommt der Günther, weil der war, ich glaube, Vierter bei Olympia. Der Marc ist fünf und ich dann halt sechs. Aber du hast... Ich habe die meisten Wettkämpfe. Ich wollte gerade sagen, hast du nicht die meisten Wettkämpfe gemacht? Also, international auf der Bühne? Ja, ja. Also, 75 bei der AFP, 66 in der offenen Klasse. Nochmal, ich glaube, 11 oder 12 in der 2012er Klasse. Und dann habe ich nochmal fünf bei der PCA gemacht. Und dann habe ich vor drei Jahren meinen letzten Wettkampf gehabt. Vor drei Jahren, wo war der? Ja, es war ja dann auch der... Ich hatte ja dann den Oberschenkel, ich hatte den Muskelabriss gehabt. Quadrezept. Und das sieht man rein optisch, dass dann halt 10, 15 Prozent fehlen. Und ja, klar, wenn die Judges das wissen, dann hast du dann... Also, was du da dran halt auch hängt, ne? Wenn du so zurückschaust auf die Karriere, schon etwas, worauf man stolz sein kann, definitiv. Also, würdest du sagen, du hast so bodybuilding-Ziele, was du dir vorgenommen hast damals erreicht? Oder wusstest du von vornherein schon, okay, vielleicht für Mr. O wird es nie reichen, aber oben mitzuspielen? Oder hat man sich da schon gewisse Ziele gesetzt? Gut, man muss ja jetzt, wenn man jetzt sieht durch solche Media, was alles für Wettkämpfe sind, jetzt sagt man sich, okay, also es kommen Leute zu mir ins Coaching und sagen, ja, ich will Profi werden. Dann muss ich sagen, ja, fang erst mal an. Bei mir war es ja so, ich meine, ich habe trainiert, ich wollte halt einfach, wie gesagt, ich habe es ja schon ein paar Mal erklärt in anderen Podcasts, ich wollte halt einen dicken Arm haben, so ein bisschen hier, ich habe Rocky gesehen. Damals, da war ich 14, damals ja nur ARD gehabt in der DDR-Zeit. Ich habe dann angefangen, so, ich will auch so sein, aber es ging ja nicht nur um die Ärmel oder was weiß ich, oder um die Muskulatur, ich meine, ich war ja jetzt auch kein Boxer, ich war mal Ringer gewesen. Aber ich wollte halt so stabil sein und habe dann halt angefangen, mein Gewicht selber zu bauen, zu trainieren. Und gut, da ging es ja auch um den Charakter, den ja der Silvester Stallone da verkörpert hat. Ich weiß nicht, ob er privat auch so ist, aber ich denke immer schon, dass es so eine coole Runde ist. Und auf jeden Fall, ja, und dann hat man trainiert und ist dann, ich glaube, 1990 das erste Studio bei uns da in Aue, wo ich gewohnt habe, aufgemacht, bin dann da hin. Das sind alle hin, die so trainiert haben, Home-Training gemacht haben. Und dann hat sich das so entwickelt. Dann bin ich ja mit 22, also 1994 bin ich dann wegen der Arbeit, bei uns war im Osten schlecht mit der Arbeit und der Bezahlerei, bin ich ja dann nach Frankfurt zu meiner Schwester. Also die sind schon im Osten, haben die schon die Ausreise beantragt und bin dann halt dort hingezogen und bin dann am Ende in einem Studio gelandet, wo Willi Bendl war und seine Frau war die erste Profi-Bodybuilderin von Deutschland. Perra Bendl 1981 und die haben mich dann so unter die Fittiche genommen. Wolltest du was fragen? Ich wollte sagen, da war ich noch nicht mal auf der Welt. Ja. Wie alt warst du da, wie alt warst du da? Ja, ich bin ja mit 22 bin ich dort gelandet, hatte dort so ungefähr so 83 Kilo oder so. Und dann hat die Frau gesagt, also irgendwann mal kam der Willi zu mir und hat gesagt, du kannst du mal kommen mit ins Büro. Mhm. Okay. Also meine Frau hat gesagt, du hättest einen sehr guten Körper, könntest du nicht mal ausziehen. Da hab ich das halt gemacht. Aber okay. Und dann hat er gesagt, ja du hast die Voraussetzungen. Da sag ich, was für Voraussetzungen? Ja, das und das. Ich hab überhaupt gar kein Interesse. Also ich sag, nee, interessiert mich nicht. Ich will nur für mich, für meine Ruhe. Ich bin ja eh, ich mein, die Leute werden es eh wissen. Ich bin ja eher so ein bisschen intro gradiert. Und jedenfalls hab ich dann halt gesagt, okay, also nach einem Jahr hat er mich wieder gefragt. Dann sag ich, okay, probieren wir mal. Okay, ich muss dazu sagen, der Grund war, warum ich nicht auf die Bühne mal wollte. Ich bin schon mal, 1992 hab ich schon mal mitgemacht. Das war in Chemnitz, war Mr. Chemnitz gewesen. Und er hatte da bei den Junioren halt einen dritten von vier gemacht. Und deswegen hatte ich da drauf keinen Bock mehr. Aber natürlich muss ich sagen, ich hab mich da hochgestellt. Ich wusste nichts von Diät oder was auch gemacht. Entschuldigung, ich wollte grad fragen. Ja, alles gut. Also so Vorbereitung und das Ganze, da hattest du noch gar keine Ahnung? Einfach nur da drauf gestellt oder was? Einfach hingestellt, ja. Einfach hingestellt, weil es halt, wir haben alles so irgendwie, also da waren so richtig Dicke dabei. So Kraft-3-Kämpfer, also Dicke halt, also du wirst schon was ich meine, also wo man nicht die Muskulatur sieht. Und dann waren welche Leute, die waren halt komplett durchdefiniert. Und damals hatte einer gewonnen, der hieß, ich glaube, der Heiko Müller. Und der hatte 95 Kilo auf 1,78 Meter. Du hast ja damals, wenn du sowas noch nie gesehen hast, du hast einen ganz anderen Blick. Dann hast du gedacht, das ist überirdisch. Aber der war nicht natural. Der war unterstützend. Ah, okay. Was glaubst du im DDR? Rogerina Bohl halt, ne? Ja, aber du warst zu dem Zeitpunkt natural. Da drauf gestellt. Ja, ja. Ich war natural, bis ich bei dem Willi gelandet bin halt. Wo ich dann gesagt habe, wo er gesagt hat, okay, komm, jetzt machen wir mal. Und dann ging das so ganz schleichend los. Also nicht gleich hier irgendwie 1500 Testo und das und das und das. Also das überhaupt nicht. Also das ging so ganz, mit ein paar Tabletten ging das immer los. Und dann so Stück für Stück. Also dieses, ja, hier, äh, was heute, was heute Leute machen. Also das ist, also jetzt, das ist ein anderes Thema, der auf dich später hinzukommen wird. Weil man darf nicht vergessen, du warst in dem, was du getan hast, sehr, sehr erfolgreich, wenn man das so sagen darf, auf deutscher Ebene. Also wenn man sich die Bilder anguckt und wenn man das so sieht, ähm, dann ging es weiter. Und, äh, wo, wo, wo wurde dir aber selber klar, okay, ich habe doch Potenzial? Da muss doch ein Klick gewesen sein, wo du selber gesagt hast. Na gut, das, 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 das war dann später. Also ich habe ja dann, wie gesagt, dann ein Jahr später doch nochmal gesagt, okay, also ich mache mit. Und als ich, bin dann, äh, bin dann, äh, bin dann, äh, bin dann äh, äh, Bin dann, äh, bin dann, äh, bin dann, äh, bin dann dritter von drei geworden auf der Hessen-Meisterschaft und auf der Deutschen nicht im Finale gelandet. Und das hat mich so angekotzt, dass ich dann ein Jahr später gesagt habe, okay, ich mache nochmal hin und dann muss ich da so einen Sprung gemacht haben. Davon gibt es ja auch das eine Video, wo ich dann auf der WM bin. Habe dann die Deutsche gewonnen, bin dann wieder bei der WM geworden und dann war mit, also kurz vor 24, gut, jetzt ist ja der Ost ist so alt und ich stand schon bei der Mr. Olympia, aber für die damalige Zeit war es schon enorm und das Lustige war, ich war ein Stück weit bei der WM und habe dann vorne gefragt bei der Anmeldung, wie viele Athleten sind da und dann haben die gesagt, 17, so und jetzt ist das sehr weltweit. Und dann habe ich gesagt, ah, dann gehe ich gleich wieder nach Hause. Ne, 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 haben die gesagt, ey, du wirst ja ganz groß gehandelt. Okay, ja gut, ich bin dann Dritter geworden und dann kam halt der Wunsch. Damals gab es noch einen sehr guten Athleten, das war ein richtiger Brecher, aber er hatte nicht so die Beine. Das war dieser Carlos Sigg, der war auch von Allstar sogar gesponsert, also kein IFBB-Athlet. Der hatte die, also der hatte den Gesamtsicht gemacht auf der Deutschen und hat dann bei der WM als Weltmeister geworden. Ja, jedenfalls von 17 Leuten. Ja, und dann hat es halt, wie du sagst, diesen Klick gemacht und dann habe ich aber 97 im Zivildienst gemacht, also im Altenheim, weil ich bin nicht im Bund, weil ich wollte halt nicht zur Armee und mich zum Arsch machen, weil ich war ja mitten im Training, machen mich ja bloß wieder dünn. Ich war damals bei der Musterung, ich musste zur Musterung und da hatte ich so 90 Kilo und dann haben die gesagt, ihr BMI ist viel zu hoch und dann sage ich, ja, wie war es? Ich sage, das guckt mich mal an, ich bin ja nicht fett, das sind ja Muskeln, aber das hat die nicht interessiert, die haben da so ihre Linie gehabt und jedenfalls habe ich dann den Dienst mit der Wahrheit verweigert. Da war dann auch nochmal ein Zinnober hin und her, weil früher hatte ich mich mal beworben bei der Armee, bevor dieser ganze, bevor das losging hier mit dem Training und da haben sie mich aber nicht genommen, weil sie einfach zu voll waren oder wie auch immer. Ja, und dann musste ich mal einen Anwalt nehmen, dann hat der Anwalt mich da rausgeparkst, dann habe ich Zivildienst gemacht und wo ich Zivildienst gemacht habe 1997, habe ich natürlich keinen Wettkampf gemacht. Bin dann halt gleich 98 auf die Mr. Universum, also das war ein ziemlich hoher Standort damals bei der NAPA und die NAPA gab es ja auch vor der IFBB und da hieß es ja, also wer die Klasse, die Mr. Universum, also den Klassensieg einfährt, der kriegt dann den Pro-Card, so wie hier wie beim MPC Pro-Qualifier. Hatt ich da kurz ein, würdest du behaupten, dass heute die Wettkämpfe viel, viel leichter sind als damals? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist ja jede Woche. Ich will ja nicht die Leistung von den Leuten schmälern. Ich meine, das Angebot ist da, es wird genutzt, es wird gemacht, die verdienen viel Geld damit. Die Leute gehen da hin, jeder wird Profi. Jetzt haben wir mehr Profis wie Amateure. Und ja, das ist halt so. Aber wenn du oben stehst, wird es wieder aussortiert. Das geht halt. Deswegen gibt es ja noch einen Mr. Olympia, also in dem Jahr und nicht zehn, weil es wird immer wieder aufgesiebt und es geht immer eine Stufe höher, immer eine Stufe höher und dann sieht man, okay, ich sage mal, es gibt gute Leute, die sind zehnmal deutscher Meister, aber für einen Europameister wird es nie reichen oder nie für ein WM oder so, wenn man von früher redet. Ich hatte ja das Glück, dass ich als deutscher Meister dann die Prokarte bekommen habe, aber Ja, das muss man sich mal überlegen, Leute. Ich glaube, früher gab es die Prokarte nur, unterbricht mich, wenn ich dich da falsch liege, wenn man deutscher Meister wird, ne, richtig? Ja, aber das hatten sie nur, das hatten sie nur, also damals, wo ich deutscher Meister geworden bin, da war ja der Albert Kusik, war ja der Präsident, also Arnolds Mentor und der rief mich dann an zu Weihnachten und hat gesagt, ich habe ja damit gar nicht gerechnet, ich bin zur Deutsch, ich bin dann zur Eikopie, weil ich war ja dreimal Vize in der Universum, also in England, also 99, 2000 und 2000, nee, 98, 99, 2000, die drei Jahre war ich Vize und als Vize, du wirst aber in England bei der Universum, kriegst du den Titel nicht, das ist, die mögen uns nicht, du weißt ja warum. Ja, aber, also hat, ist das so, also ist das so, dass Politik, also das wirklich so, ja ist es so, spielt da wirklich Politik eine große Rolle? Ja, das ist wie überall, das ist überall eine Vetternwirtschaft, ob das hier ein Beruf ist, kennst du den, kennst du den, hast du es leichter da und genauso ist es hier. Und wenn du Deutscher bist in England und die haben ihre Engländer dort stehen, das war ja das Lustige, dass ja, ich meine, es gibt ja auch Miss-Universen aus anderen Ländern, aber 1998 haben alle Klassen, weil es dieses 50-jährige Jubiläum war, haben alle Klassen nur Engländer bekommen, den ersten und das ist ja irgendwo ein bisschen auffällig, sag ich mal. Was, 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 was macht das so? Also ist das nicht als Allee ein bisschen, wenn man weiß, man wäre eventuell besser, ist das nicht so, kann man das schon vorstellen, dass das ein bisschen, das juckt schon, das kratzt schon, oder? Ja, man geht halt hin, ich bin ja dann hingefahren, hab, das hab ja nie, ich meine, es können immer wieder Leute kommen, die besser sind, oder die Dörgesform ist nicht so, aber ich bin dahin mit der Einstellung und ich sag, ich will das Ding gewinnen, also die Universum und bin nie davon ausgegangen, dass ich, ich hätte ja auch Dritter oder Vierter werden können. Nein, ich war immer, Sieg, so, oben, zwei, ja, second place from Germany, Ronnie Rockle, ja, scheiße, hab ich so einem Strahl gekotzt, immer, und dachte, hm, jetzt muss ich wieder ein Jahr warten, so, und dann bin ich, deswegen kommt dann die Idee, okay, ich glaube dann die WAPA, NAC, hab dann 2000, dann im Herbst da drauf, dann die WM noch mitgemacht, nach der Universum, wo ich wieder ein Zwoter war, bin dann Weltmeister geworden und es hieß, als Weltmeister von der WAPA, beziehungsweise NAC, bekommst du die Braukarte, ich hab sie dann nicht bekommen, hm, dachte, scheiße, was machst du denn jetzt? und jetzt war ich ja auch schon 28 und hab dann gedacht, okay, ja, ich weiß auch nicht, es war halt immer irgendwie so, ich wusste nicht, wie ist das mit dem Geld verdienen, hast du einen Sponsor? Es war ja alles ohne Sponsor, man hat ja alles selber finanziert, ne? Aber man hat, das war das eben, war das, wie, 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 aber jetzt mal ohne, wie hat man sich diesen, wie hat man das früher finanziert, also, wie haben sich diese Leute ohne Sponsor oder die ganz hohen Leute oder wie, in diesem Bereich, in dieser Liga, wie wurde das finanziert damals? Ja, man hat halt, ja gut, ich hab halt nicht gebraucht, sagen wir es mal so, ne? Also, ich brauch jetzt keine 4.000 oder 5.000 Mark für so, nicht als Vorbereitung. Das, was halt mir mein Trainer damals gab, das hat halt funktioniert und es war halt, gut, ich muss sagen, ich hab für meinen Trainer damals, der hatte 97 gesagt, du, ich muss umziehen mit dem Studio, ich hab dir ins ganze Studio gefließt und dann haben wir das da so klar gemacht, ne? Okay, ich verstehe. Ah, okay, du bist ja, du bist Fliesenleger, ne? Richtig? Ah, okay, ich verstehe damit herausgegangen. Aber, okay, dann bist du Profi, war das so die Prokarte gewonnen? In der Deutschen, ne? Ja, pass auf, dann bin ich ja, ich wollte es weitererzählen, damit man den Sinn versteht. Bin dann wieder zurück zur Uni, also war 2000 Vize wieder, das dritte Mal Vize-Universum, bin dann zwei Monate später auf die WM nach Buxhaven, hab da das Ding gewonnen, mit 11 zu 1 Stimmen oder wie viel, oder 11 zu 0, also es waren ganz viele Kampflöchter. Da hatte dann einer, also alle hatten mich auf dem Ersten und nur einer hatte mich auf dem Elften, den haben sie dann nur gleich gefeuert, weil sie sagen, du bist blöde oder was weiß ich, keine Ahnung, du hast überhaupt keine Ahnung, da hast du überhaupt nichts zu suchen, ja, egal. Bin dann aber wieder zurück zu Universum, jetzt frag mal, jetzt rate mal, was die mit mir gemacht haben. Die haben mich zwar starten lassen, haben mich aber total abschmieren lassen, haben mich nicht mehr ins Finale gelassen. Das war so die Riturkutsche, weißt du. Und dann dachte ich mir, wieso wäre ich mit der Form nicht im Finale? Also da wusste ich, irgendwas ist faul. Da haben die sich sozusagen gerecht, für diesen, dass ich da hin bin und haben mir dann alle erzählt, ich war so schlecht in Form. Dann habe ich mir das auch noch angenommen, dann später und habe dann aber dann später in einem Rep1-Video die Form gesehen, weil sie den aus, ich gehe mal nicht ins Bild, ich schätze. Ich habe dann so ein Video gesehen und denke mir, da war es ja richtig gut gewesen, schöne, dicke, runde Muskeln, die Linie hat gestimmt halt. So, und dann habe ich gesagt, so, jetzt habe ich eigentlich, jetzt bin ich fast 30, 29, jetzt habe ich eigentlich auf den ganzen Käse keinen Bock mehr, weil Gewinn wäre ich nicht, ich meine, dreimal zwarte, interessiert am Ende auch keinen und habe dann gesagt, so, jetzt der letzte Versuch, jetzt gehe ich zur Altengebie. Habe dann den Erich angeschrieben, dann sagt er, ja, okay, du bezahlst deine Starterlizenz, ich damals 35 Euro oder so, nicht 250, wie auf irgendwelchen anderen Wettkämpfen, wo ich die Startergebühr bezahlen muss, sondern für das ganze Jahr, ja, und dann war damals, hatte mich der Jens Spitzbart, ich glaube, seine Frau hat jetzt die Burkhardt noch gewonnen, ich glaube, ich weiß, seine Frau hat jetzt noch die Burkhardt gewonnen, das war damals so mein Coach und der hat gesagt, Ronny, du musst in die 90er, und wenn du unter 90er bist, machst du alle Platz. Ja, dann habe ich mich da reingedrückt. Was hast du gewogen vorher? Wo bist du immer gestartet vorher? In der? Ja, ich war halt schon immer so bei 7, 98 Kilo. Wow. Und, jedenfalls, ja, machen die 90er. Und dann habe ich einfach, ich glaube, nach vier Wochen Diät, habe ich die Süddeutschen mitgemacht und habe dann den Gesamtspiel gemacht auf der Süddeutschen. Und da bin ich noch hin, ich wollte ja bis 90 starten. Und dann haben die mich da gewogen, weil ich habe nicht entwässert, ich habe das alte Schema gemacht von meinem Coach, wir machen mit Kalinor, also mit Karium, und die machen halt den Stopp. Aber, und dann beim Biegen, und ich weiß noch, ich war dann dort, das war ja die Süddeutschen bei der AfD, haben mich alle, alle haben mich so angeguckt, so, und dann denkst du irgendwie, irgendetwas ist komisch, irgendetwas ist scheiße. Und, und beim Biegen war ich dann 91,5. Und dann dachte ich, ach du Scheiße, jetzt muss ich auch noch mit den dicken Jungs hier machen. Aber, ich habe ja gewonnen und habe dann den Gesamtsieg mit, ich glaube, 5 zu 1 gemacht. Und, bin dann auf die, ich war ja nicht qualifiziert auf der Süddeutschen, weil ich komme aus dem Osten. Also, ich musste mich ja über die Sachsen-Thüringen-Meisterschaft, musste ich mich ja qualifizieren. Und da war ja damals, das war ja hier vom, vom, vom Albert, also vom Albert Busek, der 2. Arnold war ja der Arnold Scholz. Das war ja auch so ein Talent, der es aber eigentlich nie richtig ausgereizt hat. und der war dann mein, sagen wir mal, Endgegner. Aber den habe ich in Thüringen auch wieder, da war ich auch wieder zu schwer, bin auch wieder in der Offenung gestartet mit 91 Kilo oder so. und da hatte damals der dummer Scheu einen Auftritt und dann ist der hin zum Jens und hat gesagt, was ist denn das, was ist denn das, wo kommt der her, wo kommt der her, weil ich war ja aus einem anderen Verband. Ich bin ja damals, es gab ja keinen solchen Media, ich bin ja da hingefahren und die hatten ja schon eigentlich bei der IFBB ihren deutschen Meister. Das war einer von Petrens, so ein Türkei war das, der hat einen ziemlich brutalen Rücken gemacht, aber keine Beine gehabt, aber keine Beine. Der ist dann Zweiter geworden und deswegen waren die alles so geflasht, dass ich da einfach hin bin und stand dann halt da. Gut, der Manuel kannte mich natürlich, der war ja da in dem Männer 2 gestartet, glaube ich, bis 80 Kilo. Aber da hatten wir noch keinen Kontakt, der Manuel und ich. Ja, jedenfalls, er hatte auch schon Angst gehabt, dass ich auf die WM gehe. Und da sagten wir, ja, das wissen wir jetzt noch nicht, weil er dann zu Weihnachten, er hat mich ja dann, also der Albert angerufen, er hat gesagt, so Ronny, jetzt hast du die Möglichkeit. Entweder gehst du auf die Europa-Quali oder WM-Quali oder du kriegst gleich die Pro-Karten. Da sag ich, wir brauchen gar nicht lange reden, dann nehme ich die Pro-Karten. Und die war dann, war dann, kurz vor Silvester lag der Brief drin, von der IFBB. Dann habe ich erst mal einen Brief genommen hier. Es riecht richtig amerikanisch. Ja, und jedenfalls, ja, geil, ich hatte das Ding gehabt. Und dann, das Lustige war, ich hatte ja keinen Sponsor, nichts. Und dann kriegst du, jetzt machst du ja alles hier, per E-Mail und so, wo du mitmachen willst. Ich habe dann so einen Brief, musste ich ausfüllen. Da waren dann die ganzen, äh, 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 Termine von den ganzen Shows. Und ich habe fleißig angekreuzt. Und wenn du dann da ja unterschreibst, dann musst du auch erscheinen. Ja, dann habe ich gleich mal vier Meisterschaften herausgesucht. Das war Italien, das war die, ich glaube, die, ähm, Night of Champions, was so nahe lag und, äh, Ungarn, weil es heute in Europa ist und ich glaube noch mal Holland oder irgendetwas. Und dann dachte ich, ja, scheiße, aber wie will ich das finanzieren? Aber ich hatte natürlich Glück, dass ich dann drei, zwei Wochen später, weil ich auf dem Cover war, von der, von der Sportrevue, hat sich bei mir Goldfield, das war ja mein erster Sponsor, gemeldet. Ja. Wie hieß der Sponsor? Goldfield. 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 Okay, wenn man, okay, dann hast du den als Sponsor gekriegt. Ich will da kurz einmal anhaken, da haben wir was für die, also, für die Zuschauer, damit man sich vergleicht. War, war ein Sponsor, hat man damals Geld bekommen, um davon zu leben, oder waren die Summen so, dass man einfach nur Bodybuilding machen kann? Also, ich will dir ein Beispiel geben. Du machst einen Vertrag, du kriegst einen Vertrag. Ja, ja, ich weiß schon. Und heute ist auch viel nur Supplemente, aber hat man damals wirklich so einen Festgehalt bekommen? Ja, ich habe gesagt, ich habe gleich zu ihm gesagt, also, wenn ich, gut sein soll und Ergebnisse bringen soll, dann darf ich nicht arbeiten gehen. Also, muss ich so viel Geld kriegen, dass ich zu Hause bleiben kann? Und dann haben wir das halt eingekriegt. Ich wusste ja gar nicht, was sage ich da jetzt, verstehst du? Aber für mich aus dem Osten, wenn du bescheiden lebst und jetzt keine große fette Karre hast oder was weiß ich, da hast du halt gesagt, okay, ich will halt die Summe X haben und das geht halt. Es ist heute, guck mal, früher war es nach Wettkämpfen, heute ist es nach Social-Media-Reichweite diese Summen. Stimmt. Ja, gut, und dann ist ja später, es ist ja immer, deswegen war ja immer, das Sponsoring ist ja abhängig auch von den Ergebnissen. Und das ist ja immer die Scheiße gewesen. Ich meine, ich habe 75 Shows, nehmen wir mal nur die von der IFBB, wenn du von den 75 Shows auf 50 Prozent verarscht wirst, dann verlierst du Preisgelder und nach den Platzierungen kriegst du ja auch dein Sponsoring. Also ich glaube, wenn du ein Dexter checkst, kriegst du ja ein ganz anderes Sponsoring wie, ich sage mal, jetzt einer, der nicht ins Finale kommt. Verdienen die Millionen, Roni? Haben die Millionen verdient? Ja, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob du, keine Ahnung, 3.000 oder 2.500 Euro bekommst oder ob du mal 12.000 Euro bekommst. Also so weiß ich es halt von anderen Top-Profis, was die so monatlich kriegen. Außer beim Wulffzeit Wuster war ja Coleman, das war ja da und für die Hees. Was haben die bekommen? Ja, für die Hees, da hat er irgendwie monatlich so 80.000 Euro. 80.000 monatlich. War das schon Mr. Olympia? Ja, bei Ultimate. Also das, was ich weiß. Schmeckt, würdest du sagen. Ja gut, Coleman, Coleman ja auch halt. Deswegen ist ja BSN so gewachsen, weil BSN war ja vorher nichts. Und ich sehe ja durch den Coleman hier, die rote Büchse hier und so. Das stimmt. Ich habe das auch wegen ihm gekauft. No Explode und Selmas hieß das damals. Ja. Wie gesagt, damals bei Goldfield, das war eine super Sache. Wir waren fünf Jahre zusammen. Aber klar kriegt man sich dann wieder wegen irgendwelchen Scheiß in die Haare. Aber wie gesagt, er hat es mir ermöglicht, was mir, ich glaube, wie heißt die BMS? BMS? BMS. Was die von Netflix? BMS. Die wollten auch, aber die wollten mir nur 600 Euro zahlen. Damit kannst du nicht alles finanzieren. Nein. Okay, und dann ging das richtig los. Wo aber kam dieser, war das der Kontakt, war das die Zusammenarbeit mit Manuel, Manuel Bauer, wo das dann so richtig? Ja, also der Klatsch kam halt mit Manuel Bauer, weil gut. Ich war auch bei Manuel. 2009, ja. Ich war auch bei. Da habe ich alles alleine gemacht. Also meinen ersten Punkt, den habe ich alleine gewonnen. Also ohne Hilfe. Ja, aber wo holt man sich das Wissen damals her, wenn es kein Social Media gab? Ja gut, das hat man schon gehabt. Das hatte ich alles für meinen Coach. Und natürlich kommt später noch viel mehr Wissen dazu. Aber das, sagen wir mal, die Basis von 75, 80 Prozent, das hat man gewusst. Okay, und dann kam Kontakt mit Manuel, das war 2009. Und dann 2018 sind wir schon zusammengekommen. das war aber ziemlich knapp, weil das war zwei Wochen vor der Neue Pro oder so gewesen. Das war halt auch aber warte mal, ich muss mal kurz die Katze rauslassen. Alles gut. Ich habe auch nie, der der verwirrt das hier heute. So, frage noch mal, bitte. Ich habe gesagt, da kam der, also der war ja das mit, dann kam ja der Kontakt mit Manuel und dann hat das, also wo kam, davor hast du ja alles alleine gemacht, aber dann kam so, so hatte ich das Gefühl, damals die ganzen Videos und so, die Zusammenarbeit hat brutal funktioniert, da hast du nochmal brutal einen Sprung gemacht. Also da ging so dieses, das hat geschossen, das hat geknallt. Genau. Gut, man kann es ja sagen, es war ja wirklich so, Manuel hat gesagt, okay, was machst du? Dann habe ich gesagt, okay, das und das und dann sagt er, wie, das hast du gemacht, also einen Stoff, mhm, viel zu wenig, viel zu wenig. Und der Manuel sagt immer, also, wie gesagt, mir sind ja bald die Ohren abgefallen, ich habe ja das mit dem Podcast gesehen, von dir und Heiko, also 13 Gramm die Woche und 56 Einheiten, gut, er sagt, das war nur diese eine Saison, aber dann wird das andere wohl, die Hälfte, das ist immer noch brutal, du siehst. Und ja, also ich war ja, ich war ja als Profi, ich war ja, ich war ja immer gerade so über einen Gramm die Woche. Mehr nicht? Nee. Aber dann hat die Genetik das gut aufgefangen. Also wenn du solche Stoffen... Ja, 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 pass auf, ich hatte damals, ich weiß nicht, nee, du wirst es nicht wissen, aber früher gab es diese Eifel Fango. Das gibt es immer noch. Die 50er, aber nicht hier in Deutschland. Also in der deutschen Apotheke gibt es doch die Eifel Fango 250er Testung. Nicht die 250er, aber ich meine die Propionaut. Da gab es die Eifel Fango, da gab es diese Piste mit 50, da waren 50 Stück drin, und eine hat 50. So. Und mit dieser Backung, das hat mir gelangt für die ganze Vorbereitung, verstehst du? Also ich kenne Leute, die haben so eine Backung in zwei Tagen vermascht. Ich wollte gerade sagen, aber wenn du, war das, also warst du dir da bewusst, dass du nicht mehr brauchst oder wolltest du einfach nicht mehr, weil du dir eine Genetik das hergegeben hast? Ja, ich wusste es nicht. Woher sollte ich es wissen? Ja, gut, wir hatten schon in dem Studio beim Willi war er auch so ein Millionär, so ein Hardcore Bodybuilder, da hat er gesagt, ich knall mir jeden Tag 40 Einheiten HGH rein, also hier das von den richtigen, also von den Toten, also HGH halt. Und, ja gut, das war für mich damals ein Monster bei 1,78 Meter mit 115 Kilo. Aber würdest du, würdest du heute behaupten, dass wenn du das früher gewusst hättest oder so gemacht hast auf dem Level, dass du ganz anders ausgesehen hättest? Ja, ich sage ja, verdammte Scheiße, aber es war halt die Zeit. Gut, ich sage mir im Nachhinein, okay, jetzt brauche ich ja auch nichts, fast nichts. Verstehst du? Aber dann ist die Genetik, ja, wenn du zu Manuel gehst und er sagt so und so, dann, und dann, da sieht man aber die Genetik, bei dir eine, du bist genetisch dann richtig gut veranlagt, theoretisch gesehen. Also nicht theoretisch, es ist die Wahrheit einfach. Es ist dann so, wenn du solche Stoffmengen hörst, wie von Heiko, was? Ich habe ja immer, also viele haben ja, also wenn du weißt, Sponsoring, ich meine, ich habe jetzt auch keine, also, ich habe nicht über 5000 Euro bekommen oder so, verstehst du? So, dann habe ich meine Preisgelder gehabt und ich habe, die Preisgelder, ich habe, ich habe in so einem Jahr, also ich habe nie draufgelegt, nie, ich habe immer verdient. Du musst ja auch, weil das Finanzamt will von deinem Preisgeld, es kommt aufs Konto, die wollen ihre Steuern. Also am Ende ist es ein Nullgeschäft, verstehst du? Würdest du heute? Aber ich habe immer verdient, wo ich sage, okay, mir geht es gut. Volker, würdest du heute behaupten, dass du mehr investiert hast, als rausgenommen in den Sport? Nee, auf keinen Fall. Also ich habe nicht mehr, also, nee, also, gute Frage. Das, was ich wahrscheinlich, das, was ich wahrscheinlich, gut, kann ich sagen, naja, der Rocke erlaubert dir einen Scheiß, aber ich meine, ich kann wenigstens noch Kniebeuge machen und du siehst ja, wie viele Top Bodybuilder, Schwergewichtsbodybuilder ungefallen sind, also, ja, also ich will ja auch noch mal, also ich war schon immer ziemlich ängstlich, was die Sache angeht, weil ich habe mir immer gesagt, okay, wenn du tot umfällst, ist es ja okay, aber nicht, wenn du irgendwie an der Dialyse hängst oder so, ne? Aber du bist gesundheitlich fit, ne? Also du bist, na gut, ich habe halt dann doch die Diabetes gekommen, warum auch immer, keine Ahnung, aber, kam die Diabetes, kam die Diabetes durch den Stoffkonsum, ja, kann sein, ich weiß es nicht, also ich habe mich ja immer gut ernährt und jetzt, aber hier mit dem, wo habe ich es hier, jetzt ist ein Messer, ja, jetzt mit dem Handy, das misst alle Minute, ich mag das jetzt drei Jahre, also, ich mache auch ein Blutbild und so und gucke halt auch, wie ist die Filtrationsrate, wie sind die Kreatininwerte, okay, wenn man Kreatinin nimmt, dann stimmt es eh nicht mehr, aber es gibt ja viele, Parameter, wo man sagen kann, okay, das deutet da drauf hin, habe mich auch mit Ärzten unterhalten und so und, ja, also. Hat das, hat Diabetes deine Karriere beeinflusst ins Negative? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Denk erst mal. Hätte ich die Diabetes nicht bekommen, dann hätte ich mich da oben bei den Top 6 mindestens noch zwei oder drei Jahre halten können. Aber du hast dann halt einfach nicht mal die Härte hinbekommen. Ich wollte gerade sagen, das war ja dann 2011, 2011, wenn Jela sagt, du sahst so super aus und dann habe ich dasselbe Schema gemacht in 2010 mit dem Laden und es ging in die Hose und ich weiß noch, ich hänge in der Bücher und dachte, du isst ja dann deine Kohlenhydrate, so wie mir das der Manuel gesagt hat und dann auf einmal boah, boah, hab ich denn die Scheiße in den Bauch blätzt jetzt und 2010, 2009 war das super in Ordnung und man hat ja auch nicht mehr gemacht und dann sagte Daniela, du bist rausgekommen und die dachte, ach du Scheiße, also ich bin neunter geworden, neunter ist immer noch gut, aber die haben gesagt, Krockel kann rein in die Top 5, also von vornherein, das war, Ja, anfühl die Leute, um zu verstehen, warum, korrigier mich, wenn ich falsch sage, du musst ja entgegenspritzen, wenn du isst, um das auszugleichen mit dem Insulin, ne, also, und ich denke mal, wenn du, ich wusste ja da zur Zeit gar nicht, dass ich Zucker habe, ich wusste ja nicht, ich habe es ja erst nach der Saison festgestellt, weil ich war dann noch beim Fotoshooting, bin dann nach Hamburg gefahren, bei Weiter und wir haben, äh, ich, ne, wo ich runtergefahren bin, ich habe ein Stück ein Kasten Wasser gesoffen, auf der Zugfahrt, ich meine, gut, das sind acht Stunden, aber, wenn du dann hohen Zucker hast, dann musst du alle 20, 15 Minuten, musst du pissen, 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 das ist höchste Diabetes, ausspülen, und dann war ich zu Hause und dann sagt der Daniela, ja, mess doch mal, weil ich hatte von einem, von einem Sportarzt damals so ein Messgerät bekommen, aber da hatte ich noch kein Diabetes, du musst ja nicht an sowas denken, dann denke ich immer, ah, du hast die Klärung, ja, gut, das haben die anderen auch, das ist von der ganzen Fresserei hier, ne, wie du, ne, wenn du einfach, der Körper schon voll ist und oft pissen und so, ja, man zeigt das Ding 400 an, 100 ist ungefähr normal, ich wollte gerade sagen, zwischen 80 und 100 ist normal, 400 hat er angezeigt, so, ich dachte, das ist kaputt, Daniela, gib mal her, hat die gemessen, 100, 110 oder so, wenn du was gegessen hast, scheiße, bin ich gleich zum Arzt und dann, ja, sie haben Diabetes, so hier, Landrohs Insulin, kurzzeitiges Insulin, da bauen wir gar nicht lang rumfackeln, naja, da bist du erst mal, da bist du erst mal fertig, weil du denkst dann gleich, oh, nächstes Jahr, du, weil, in die Materie musstest du dich auch ein bisschen reinfuchsen, hat sich da, hat sich da alles umgestellt, was Ernährung und so angeht, ja, ne, ja, und dann war ja noch die Baby bei Hause, weil wir wollten ja ein Kind und, ja, wie gesagt, dann bin ich ja, da hatte ich einen kalten Entzug gemacht, also komplett raus, ohne irgendwie runter zu gehen und dann war ich auf der FIBO und stand aber 2012 wieder auf der Olympia, aber es hat halt nicht gereicht, also bin dann irgendwie 12. oder 13. geworden, war dann nochmal auf der Arnold 6. gewesen, aber da war eigentlich, da hätte ich eigentlich schon, da hätte ich eigentlich schon sein lassen sollen, alles, aber irgendwie bist du drinnen in dem Film und denkst, du musst es wieder, du musst es wieder gut machen und das ist immer dieses, was jetzt der Steve durchmacht, du kommst dann nicht mehr raus und du musst dann sagen, okay, entweder machst du jetzt Vollgas, richtig Vollgas, oder du lässt es bleiben. Vollgas meinst du mit allen Sachen Vollgas, also so richtig all in reingehen mit allen, oder meinst du jetzt nur die Themen, also, naja, dann müsste ich sagen, okay, jetzt tun wir alles verdoppeln oder verdreifachen, wenn du dann, brauchen wir nicht reden, also, ich meine, ich weiß, was ein Coleman ausgegeben hat für so einen Mr. Olympia, hat er mehr genommen, als er reingeht oder sowas, da ist das ja noch harmlos gewesen, was der Heiko erzählt hat, das ist, Wie? Was? naja, sagen wir mal so, was? Akute Leute, ich kenne es ja, also, ja, ich kenne es ja, gute Leute, die, warum war die jetzt damals so gewesen? Ich meine, wenn jemand körperlich die Genetik mitbringt, wo du sagst, das ist davon abhängig, dann wird er jetzt nicht so aussehen, wo mit 60 nicht. Das ist halt, dran geballert, dran geballert. Und das ist immer das, okay, deswegen ja auch nur die 10 Jahre. Ich war 98, 97 hat er jetzt die Olympia gewonnen, 98 war ich auf der Universum, wo ich vorhin gesagt habe, in Birmingham, da hatte der Jets einen Stand, dann sagt mein Trainer zu mir, guck mal, wer da steht, und dann sage ich, ja, wer steht denn da, was soll ich gucken? Da war es der Jets, den hast du nicht mehr erkannt, da bin ich dahin gerannt und habe den Rücken, besucht, der war weg. Und dann habe ich gedacht, das ist alles in einem Jahr weg. Und dann habe ich gedacht, so soll es bei mir nie sein, dann will ich es nicht haben. Ich wollte gerade sagen, aber wenn man... Man hat ja nicht gewusst, dass das immer alles so kommt, mit den Social Media und das und das und das. Man hat gedacht, so wie es jetzt ist, wird es immer weiter gehen. Das ist ein Randsport, du stehst mal in der Zeitung und wenn die keiner liest, dann kenne ich kein Schwein. So, jetzt gibt es Leute, sagt einer zu mir, kennst du Simon Deichmann? Hä? Was? Wen? Und das ist dann aber einer, den kennen wieder 100 Millionen andere Leute. Da gebe ich dir recht. Ich gebe dir diese Punkt. Und jetzt hast du 1.597 Coaches in Deutschland und dann denke ich mir, und die Leute rennen hin und dann denke ich mir, okay, muss ja jeder wissen, aber ist ja auch im Studio, ich verstehe es nicht. Ich war immer so der Dickste im Studio, die zwei Jahrzehnte, wo ich trainiert habe. Wenn ich ein bisschen Grips im Kopf habe, gucke ich, wie der trainiert, ohne dass er mich fragen muss, und dann mache ich das und die machen es nicht, die machen irgendeine Scheiße. Wenn ich im Studio gewesen wäre und da wäre ein Profi gewesen, ein Coleman oder, deswegen bin ich ja dann auch erfolgreich geworden. Ich war bei der Vera im Studio. So, dann haben die gesagt, Ronny, trainier so, trainier so, trainier so und dann pum, peng, was passiert. Das ist so heftig. Ich habe ein, zwei Franken geklopft. Wenn man weiß, dass der sich das alles so reinballert oder die Leute jetzt so, Ronny in dem Maß, kommt da nicht das Verlangen zu sagen, okay, ich mache das auch, um besser zu werden? das brauchst du dann. Das brauchst du dann. Okay, ich verstehe. Ja, ich kann nicht, ich kann nicht, wenn du, wenn du mal jetzt los, ich kann nicht, ich komme mit 500 Euro und sage, so, jetzt reise ich mal die Welt ein. Dann musst du das, dann musst du das, was du hast, musst du damit klarkommen. Das ist ein scheiß Gefühl am Ende. Ja, und ich war im Studio, weißt du, ich meine, ich habe mit 200 Kilo oder 180 Kilo auch schon damals als Amateur mit 25 Frontkniebeugen gemacht. Das hat kein Schwein interessiert. Die sind alle vorbeigelaufen. Dann denkst du, okay, machen alle anderen auf in irgendwelchen Studios. So, heute, würde ich das heute machen hier, was weiß ich, mit 22 Frontkniebeugen, ja, dann hätte ich wahrscheinlich mal nochmal 40.000 Follower mehr oder so, verstehst du? Aber damals hat sich keinen interessiert. Das war halt irgendwie, das war irgendwie so Null und Nichtig, weißt du? Ich wollte gerade sagen, aber 225 Frontkniebeugen schon, schon aus. Also, also, fünf habe ich geschafft. Ich meine, gut, ich habe das vom Leonidas gesehen mit 320, eine, also, da sind wir nochmal 100 Kilo drauf. Okay, warte, das ist für mich, also, das ist ein unfassbares Gespräch, ich muss das jetzt mal sagen lassen. Wenn man, wenn man, okay, aber wo warst du? Ich sehe, ich sehe, ich sehe, was du trainierst. Das war es ja bei mir auch in dem Alter. Du bewegst ja auch sehr viel Gewicht und so war es bei mir auch halt, ne? Jetzt geht es natürlich nicht mehr, jetzt hast du davon nur noch, bringst du noch 60 Prozent oder so, ne? Aber, wo war dein, sozusagen, wo würdest du sagen, war dein Zenit deiner Karriere, also so dieser Höhepunkt deiner Karriere, was das Bodybuilding angeht? Und Wettkämpfen her. Ja, aber, erste, also zwei Faktoren da, würde mich interessieren. Wo du dich selber als vollkommen, also nicht als vollkommen, weil das ist ein bisschen Sportler, das ist nicht, aber wo du selber in das Spiel guckst, hast gesagt, okay, das sieht brutal aus, so gefalle ich mir. Gab es diesen? Ja gut, das war halt erst später, dann halt mit 37, 2009, also wo man auch in der Off-Season, da war ich dann irgendwo bei 117 Kilo, wo du so richtig, so richtig Druck hatte, weißt du? 2009 war das? Vorher, wie gesagt, ich hätte wahrscheinlich, also ich habe mich immer sehr schwer getan, also ich war nie ein guter Esser. Also wenn es an mir gehen würde, ich würde ja gar nichts essen. Ich habe nie Hunger, irgendwie, meine Tochter, wie meine Tochter, genauso, also irgendwie, ich habe nie Hunger, das ist immer, okay, müssen wir wieder mal was essen, dann gibt es ja Leute wie den, egal, so ein Profi Bodybuilder aus Kanada hier, kennst du auch, egal, ja, das sagt, ich hatte immer so einen Hunger, so einen Hunger, ich habe das nie gehabt. Krass, und dann aber so. Und hätte ich das, wie gesagt, das, was man jetzt weiß, damals hätte man das 10 Jahre eher gehabt, dann wäre natürlich viel mehr möglich gewesen. und ich hätte auch vielleicht 10 Kilo mehr bringen können wie ein Branch oder so, aber wie gesagt, ich wollte diesen Weg nicht einschlagen, weil ich glaube, ein Branch haben sie jetzt auch gefragt, ob er nochmal die Olympia Master mitmachen will und dann sagt er, okay, er hat da überhaupt keine Sekunde in Gedanken dran vertrendet, weil er sagt, okay, er würde sich nicht mal diese Sachen verabreichen wollen. Würdest du, wenn du den, ich frage mal so, wenn du den, ich finde den Angriff, würdest du, zum Sinik kommen wir gleich noch zurück, würdest du aber heute mit dem Wissen, was du heute hast, hättest du früher anders gearbeitet? Also auch, was die Materie angeht, auch die Stoffthematik, würdest du anders arbeiten? Hat dich das weiterentwickelt oder was damals? Also so, das entwickelt... Damals hat man nicht so das Wissen gehabt wie jetzt, das ist ja Fakt. Also ich weiß nicht, ich habe ja das grüne Buch hier vom ganzen Stoff, das grüne Buch, wenn du das durchliest und das ist ja, die Grenzen wurden ja gesprengt durch den Durin-Jeds 93 und der Erich Janer hat ja, ich habe ja viel mit denen gesprochen, da hat er gesagt, Ronny, ich war damals 93 bei der Olympia-Wahl, Kampfrichter und der Jeds kam raus, also die Schwergewichtsleute im Profibereich waren ja bei 1,80 m wie der Barry de May so um die 100 Kilo. Der Lee Henni hatte 112 bei 1,81 m. Ja, das bringt die jetzt bei 1,70 m, verstehst du? Er hat gesagt, er hat gedacht, ein Dinosaurier kommt auf die Bühne. Also der hat ja alle zerquetscht mit der puren Masse so und natürlich und der Markus, ich war 97 in Frankfurt im Jahrhundert, wo der Markus Hessenmeister geworden ist, ja, da habe ich gedacht, ich mache irgendwie hier ein Kindersport. Ja, aber warte mal. Aber hat Markus zu der Zeit, also woher wusste aber Markus das und du nicht? Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich war bloß in einem Studio und dann haben die gesagt, der Markus, gut, ich mache mit, ja wie 112 oder 115 Kilo und dann habe ich gesagt, niemals, das geht gar nicht, habe ich gesagt. Weil halt einfach dieses Extreme, ich meine heute, ich meine, brauchen wir nicht reden, die sehen alle so aus, ich meine halt einfach vom Volumen her, guck dir Kevin Gebhardt an, da ist es genau jetzt so schwer. Das ist halt einfach, ist das normal. Aber damals, ich sage mal, in der Zeit vor jetzt oder was davor war, waren die Leute nicht, ich meine, es gab immer ein paar Ausnahmen, aber woher hat man es gewusst, das hat ja auch keiner, hat ja auch keiner gesagt, das hat ja jetzt nicht zu dir irgendjemand, keine Ahnung, ja, die sind ja heute, ob es Flex Lewis ist oder Jay Cutler, die sind ja alle auf TRT und den drückt so ein Kabel raus, da brauche ich mir nichts zu erzählen, verstehst? und es gibt ja keiner zu, was er wirklich macht. Ist das so? Außer vielleicht Heiko Kahlbach oder so, ne? Aber von Markus wirst du es nie hören, nie wirst du von Markus hören, was der gemacht hat. Ich weiß es aber, aber ich sage es jetzt hier nicht, jetzt komme ich in den Teufels Küche. Nein, das machen wir nicht, das ist okay, das ist auch noch, aber es ist einfach, würdest du behaupten, früher war es radikaler, brutaler als heute oder ist heute schlimmer als früher? Heute ist schlimmer. Heute ist schlimmer. Ja. Warum sehen die dann... Aber nicht besser, aber nicht besser. Ich wollte gerade sagen... Vom Luke her. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist eine krass, ganz gute Dermatik, weil man darf nicht vergessen, du hast früher, also du warst, also die Zeit, wo du angetreten bist, war für mich immer so meine Golden Era, weil ich fand die immer alle hart und massiv, aber wenn du heute guckst, du hättest heute, also ich sage mal, ich wirf das mal in den Raum, mit deiner Bestform, die du jemals hattest, mit deinem Look, hättest du heute vielleicht sogar ein Mr. O gewonnen, ne? Kann man das so sagen? Naja, gut, ich sage mal, mit der Form, gut, ich war ja der Leichteste, also ich hatte 99 Kilo bei den Top 6. War eine 2.12er Klasse? Ja, das ging ja falsch, das war ja auch die Idee, aber in der 2.12, die viele Kilo, die ich runter machen musste, um da reinzukommen, die haben mich flach gemacht, da war der Look weg. Ja, aber gut, man muss auch sagen, fünf Jahre später, also ich sage mal, alle fünf Jahre geht es immer die Stufe runter, verstehst du? Aber warum sehen die heute nicht so aus wie früher? Warum? Woran liegt das? Ja, wahrscheinlich, weil alle jetzt mit Insulin arbeiten halt, ne? Würdest du, ja, weil du hast vorhin was gesagt, Insulin hat dich nicht mehr so hart gemacht, hast du gesagt, würdest du das heute als Hauptproblem sehen, weil die alle so übermengen, ich habe mal Insulinpläne gesehen, wo drauf stand, von Milos 100 Einheiten, 4 mal 25 Einheiten, wenn das heutzutage gang und gäbe ist, das macht doch den Look kaputt, oder nicht? Naja, schon erstmal, du kriegst ja schon eine Elefantenhaut, ne? Also würdest du das da, Ja, ich mag ja, ich mag ja auch, wenn ich ja immer, ähm, an den Stellen, du merkst richtig, wie das, wo das dann immer, immer die Haut dicker ist, als wie an den Stellen, wo du nicht spritzt, so. Und, äh, du musst das ja auch verteilen, weil dann hast du ja hier an der einen Stelle hast, dann fünf Zentimeter Haut, also dick, wenn du die Hautfalte zusammen nimmst und an der anderen Stelle hast du einen Zentimeter. Deswegen musst du es ja irgendwie verteilen, ich meine, gut. Aber, wie gesagt, Insulin, ja, macht halt nicht hart und dann kommen halt auch diese Bäuche mit dem ganzen Wachs und allem. Würdest du, ich meine, gut, da haben ja viele Leute, viele haben ja diese Vorgium-Pose wie der Urs oder, äh, ja, der Bamstedt, äh, ich meine, die arbeiten ja auch nicht anders, verstehst du? Vielleicht nicht so extrem, aber, äh, also drumherum kommt ja keiner. Würdest du, ja, würdest du behaupten, Bodybuilding, wenn du ehrlich bist, würdest du behaupten, es hat sich in eine gute Richtung entwickelt oder eher in eine schlechte, wenn man zurückschaut zu heute? Schlechte. Weil heute jeder kommt, pass auf, die Leute kommen, zu mir kommen viele ins Coaching und ich könnte wahrscheinlich mehr Leute haben, aber ich kann nicht über meinen Schatten springen, ich bin zu den Leuten ehrlich und das wollen die Leute nicht hören. Aber das sind ja meine Erfahrungen, erst mal selber die 30 Jahre von mir Training oder über, also über 30 Jahre Training und was ich von meinem, von Willi weiß, was ich auch von Manuel weiß, wir sind ja in einem sehr echten Kontakt und tauschen aus, also wir sind da immer ziemlich identisch und stellen dann auch fest, das tut sich da auch immer, sagen wir mal, also das tut auch immer eintreten, egal in was für Bereichen, ob es, ja, um den und den geht oder die und die Sache oder ich meine, ja, aber auf jeden Fall, die Leute wollen, die wollen das nicht hören, die wollen, das Problem ist, für Gott solche Medien ja nicht, man hat einfach nur die scheiß Zeitung gehabt und jetzt ist es so, wenn du den Leuten sagst, hm, drei Jahre vielleicht, das will keiner hören, das muss jetzt sein, jetzt, jetzt oder, also jetzt heißt, in den nächsten halben Jahren und dann sag ich, okay, äh, aber die Leute werden alle bezahlen, hinten aus, hinten aus, weißt du, ja, aber das ist doch, du kannst nicht, du kannst nicht, du kannst deinen Körper nicht so vergiften und dann erwarten, dass du das über zehn Jahre, über zehn oder zwanzig Jahre hältst und dann erwartest, jetzt stehst du gesund da, Ja, also ich weiß genau, was du sagen willst, das ist aber, aber ich glaube, diese, diese Zeitthematik ist heute ein, darüber habe ich im letzten Podcast mit dem Patrick geredet, Patrick Teusch, kennst du ja, ne? Nein. Ja, alles tatsächlich, wir haben darüber über die Zeitthematik geredet, ist es halt, Es wird immer Ausnahme Leute geben, weil ich habe mir jetzt, ihn ja auch angeguckt, da hat er jetzt Posing gemacht, weil ich sage, naturell, nicht naturell oder was, ja, also vom Gesicht her sage ich naturell, vom Körper her, von den Ausmaßen her sage ich auch naturell, aber die Härte, das ist immer das, wo ich so ein bisschen denke, das ist schon brutal. Hast du sowas schon mal, in deiner ganzen Karriere, hast du schon mal so ein Ausnahmetalent gesehen, wie der natural sein sollte? Nein. Nein? Nein. Habe ich gesagt, halt, ich weiß es nicht, ich habe auch keine Glaskugel und ich will jetzt auch nicht da irgendwelche Vermutungen anstellen. Warte mal, okay. Wir haben am Sonntag ein neues Produkt für euch. Was ist das denn? Hä? Hörst du mich? Ja. Wo läuft das denn? Hörst du das bei mir? Jetzt. Hörst du mich wieder? Ja. Was war das denn? Hörst du mich? Ja. Ich seh dich, ich hör dich. Ja, aber irgendwas hat da, irgendwas lief im Hintergrund, hast du das gehört? Nee. Warte mal. Ich glaube nicht, dass du meine Frau über Staubsaugen hörst draußen. Nein, bei mir lief irgendwas im Hintergrund. So, jetzt. So, also läuft wieder. Wo waren wir? Welche Thematik? Ich war Deutsch, aber ich habe Ausnahmetalent. Ja, also du hast sowas noch nie gesehen in deiner Karriere. Nee. Glaubst du denn, dass das natural ist? Ja. Krass. Das ist heftig. Das ist heftig. Ja, weil du hast doch... Das ist meine Meinung. Ich will das nicht verbreiten, aber die Leute, das ist meine Meinung. Sagen wir mal von meinem Wissensstand her. Und wenn es so sein sollte, noch mehr Hut ab, aber wie gesagt, ja. Es ist halt so, ja. Weil wenn du so eine Härte haben willst, dann tust du eigentlich gegen deinen Körper so sehr arbeiten, dass du Muskeln verlierst, weil dann bräuchst du ja alle den Stoff nicht, der die Muskeln erhält. Ja, das ist... Ja. Weil es ist ja einfach so, wichtig ist... Keine Ahnung, klar, es gibt Leute, die haben dieses, wie sagt man, die Sportler, wenn sie genetisch hier irgendwie zu viel Wachstumshormone ausschütten, wie sagt man? Myotastin, IGF-1. Ja, genau. Myostatin-Blocker halt dann. Und... Ja, kann vielleicht sein, aber... Ja, es ist schwierig. Aber wie gesagt, wir brauchen IGF-1, also man hat ja eine IGF-1-Ausschüttung im Körper, man braucht Testosteron und wenn das zu niedrig ist, was dann durch eine Diät mit Fettverlust ist, sinkt. Deswegen soll man ja immer essen, Aufbau und Insulin und dann hast du ja auch, wenn du so bist, hast du ja... Ich brauche mir ja nicht erzählen, dass du sagst, okay, da ist jetzt noch ein kleiner Gramm Kohlenhydrate, dass du die Muskeln erhält, da ist ja nichts mehr, da ist ja komplett... Da hast du noch hier ein Blatt Rucola und vielleicht ein paar Proteine, aber wie willst du denn so hart werden, ohne irgendwas? Wie soll denn das funktionieren? Und wenn es so ist, dann ist es so der Ausnahmetallee, aber weißt du, was ich dann sage? Dann soll er sich alle möglichen Scheiße reinhauen, soll zu Mr. Olympia gehen und Mr. Olympia werden mit der Härte. Darüber haben wir im Podcast geredet. Dann soll er es doch machen, dann wird er Multimillionär, dann kriegt er allen Hype der Welt, dann soll er hingehen und soll er es machen. Weil dann müsste er ja ohne weiteres mal 30 Kilo draufpacken, wenn das alles natural ist. Wenn er dann was machen würde. Aber wahrscheinlich sagt er dann, nee, das will ich nicht. Ich will auf meine Gesundheit achten. Das ist so, ja, das ist... Wie gesagt, ich kenne jetzt nicht, es ist super deform, alles wie gesagt, es ist halt so meine Meinung. Würdest du behaupten, wir haben in Deutschland, wenn du jetzt von deinem Stand aus, also von deinem Bodybuilding-Leben zurückschaust zu jetzt, dass wir Bodybuilding-Technisch gut gestellt sind oder nicht so gut, was Athleten angeht, international? Genügend Athleten hätten wir ja. Aber, ja gut, das ist halt jetzt, ich will da ja auch keinen angreifen. Aber meine Meinung ist, das ist ja so ein Präsentationssport, es geht ja um Körper, es geht ja auch ums Gesicht, es geht ja, warum ist der Urs so von da vorne, es ist nicht nur der Körper vom Urs, warum... Es ist die Ausstrahlung, es ist die Aura, es ist die Karate. Die Ausstrahlung, das Gesicht, warum ist ein Kattler, Kattler, warum wollten sie in Günter Stierkampf, der hatte eine Mittelpartie, die geht gar nicht. Er war aber immer vorne, weil, ich weiß es ja, der Joe, die wollten den ja, der Joe wollte ja sogar, dass Günter Mr. Olympia wird, aber dann hat er Wendemilia gemacht, gesagt, okay, weil er gesagt hat, wir machen viel mehr Umsätze mit so einem Typen und hat aber Wendemilia gemacht, ja, aber rein von der Form kann ich es nicht machen. Ja, weil ich habe behauptet, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, ich habe gesagt, weil ich beobachte das ja auch, ich beobachte das ja alles, ich habe das Gefühl, sogar die bereiten den Urs schon auf den Titel vor in Amerika, so wie der gehypt wird, wie der publiziert wird, wie der vermarktet wird, nicht jetzt, aber vielleicht so in zwei Jahren so. Ja, weil es ist möglich, ich habe ja auch zum Urs gesagt, bis willst du nicht, hau ab, machen USA. Hättest du damals die finanziellen Möglichkeiten und alles andere, wärst du abgehauen, also hättest du da gelebt, was den Sport angeht? Ich war ja 30, bei mir war ja das Problem, man hat ja schon drüber nachgedacht, aber, ich habe es ja schon im Podcast gesagt, meine Mutter hatte 2001 einen Schlaganfall. und ich hatte keinen Vater mehr, Vater gestorben, Stiefvater, tödlich verunglückt, Mörder alleine, jetzt sage ich ja nicht, okay, Mutti, auf Wiedersehen. Ich war ja, zu meiner besten Zeit, habe ich ja noch meine Mutter gepflegt, das ist ja das, was ja niemand sieht. Krass, wusste ich nicht. Und ja, und das, gut, sie hat jetzt gelebt, bis, wie gesagt, meine Mutter war halt, sehr großer, ignorant, aber sie war wirklich, also sie hatte Diabetes und hat es aber ignoriert. Ja, und das hat dann halt irgendwann mal, es ging dann mit der kleinen Fußzähl los, Schlaganfall, dann Bein abnehmen und ja, das war so im Rollstuhl, gut, im Rollstuhl sei sie erst 2.15, aber ich bin ja jeden, ich bin ja, ich habe 20 Kilometer weg gewohnt, ich bin ja jeden Tag hingefahren und habe eigentlich so den halben Tag bei der Mutter gepfacht. Krass. Und gut, pass auf, ich habe mein Essen dort gekocht, ich habe meinen Mittagstern, Schlöpchen gemacht, Mutti hat sich gefreut, dass ich da war und gut, ich habe noch eine Schwester, aber die wohnte in Frankfurt am Main, also Offenbach und die war ja arbeitsmäßig. Ich hatte ja, ich musste ja nicht auf Arbeit, das war halt das Schöne, deswegen bereue ich es auch nie, dass ich Profi war, dass ich halt die über fast 20 Jahre halte, weil ich nicht arbeiten musste, meine Mutter pflegen konnte, wir brauchten keine, sonst musste ja entweder schickst du sie ins Heim oder sagst, okay, es kommt jemand. Das kostet aber alles Geld, ne? Und, ähm, ja, es war damals so, wir waren alle glücklich und ja, jetzt ist es, da würde ich auch nochmal die, wenn ich, das könnte die Uhr 20 Jahre zurückdrehen und hätte schon, man kriegt es jetzt schon in den Finger und wüsste genau, ich würde hier vorne richtig mit dabei sein. Wollte ich gerade sagen, das ist so, juckt, also ist das in dir drinnen, wenn du, wenn du so die Zeit zurückdrehen könntest, dass du vieles anders gemacht hättest? Vieles, ja. Aber, ich wusste es nicht, ne? Ich wusste es nicht. Es gibt ja heute darin noch viel Schlimmere oder andere Sachen, was die Leute nicht wussten und sagen, hätten wir es mal nicht gemacht. Okay, krass, einen Moment, ich muss kurz den Sound ausmachen. Hörst du mich wieder? Hörst du mich? Ja. Hörst du mich? Ich höre mich aber nicht, einen Moment. Hörst du mich? Ja. Jetzt höre ich dich. Tut mir leid. An die Gäste auch, es tut mir leid. Wir haben alle Zeit der Welt. Ich habe heute bloß noch später einen Kindergeburtstag hier. Kindergeburtstag? Ja, die Kleine hatte ja letzte Woche Geburtstag, die ist neun geworden und heute um 80, die rennt ja schon rum, die ist ein Gruselmonster. ist Halloween Party. Okay. So ist das Halloween Party, es sind dann zehn Kinder oder acht Kinder. Aber du bist happy, so Familie und so, das ist so alles so. Ja, es war immer meins, aber ich bin Krebs von Sternzeichen und Krebs sind Familienmünchen. Krebs sind Familienmünchen, ja okay. Wann hast du ein Kind das erste Mal gekriegt? Wann? Ich habe nur eins, also vor neun Jahren. Vor neun Jahren. Hat es alles geklappt? Das war ja 2011, wo stand diesen, diesen kalten Entzug gemacht hat, sagen wir mal so. Kalte, okay, ah okay. Da hat es einfach aufgehört, nach der Olympia aufgehört, was zu nehmen und ja. Hat es geklappt, okay. Also du hättest, da würde ich anklüpfen, weil das ein heftiges Thema ist, du hättest alles, also du hättest vieles anders gemacht vor 20 Jahren. Ja wirklich. manchmal, ich träume davon, ich wache auf, ich habe Träume und was für Scheiß Träume, ich stehe, ich stehe auf der Bühne und denke, verdammte Scheiße, ich habe mich gar nicht rasiert. Oder denke, oh verdammt, hast du die Entwässerungstablette vergessen. Oder, dann träume ich, ich stehe ohne Posinghose oben, komplett nackt. Also manchmal, das verfolgt mich schon, ne. Ja, aber das ist so. Ja. Das ist, aber. Gott sei Dank ist doch kein Wettkampf. Oder keine Diät gemacht, ist so ein Scheiß. Was ist? Würdest du, warst du ja der Diätler oder der Off-Saison-Typ? Du hast gesagt, schlechter Esser, aber Diät hast du da gelitten? Hast du da auch so, gab es Struggles? Ja, es ging eigentlich, aber da hat man mal seine Momente, aber, ich sage mal, jetzt bin ich eigentlich, durch die Diabetes, bin ich noch strenger, als damals in der Diät. Und dann denke ich mir, hätte ich das, ich hätte damals das haben müssen, das, was ich jetzt habe, aber das hat sich halt durch die Diabetes, hat sich das jetzt so alles angepasst. Also ich habe kein Verlangen nach Süßen. Ich brauche keinen Kuchen, brauche nichts, brauche bloß mein Essen. Wer war, wenn man das mal, du hast von Korman und so geredet, wer war für dich so damals, wo du gesagt hast, wenn du den gesehen hast, wow, auf der Bühne, selbst zu deiner Zeit, wo du angetreten bist? Ja, ja klar, Korman halt immer, also Korman war ja, ich weiß noch, ich weiß nicht, kennst du noch den Mega Milazzo, als Umprofi? Mit dem, ja, kenne ich. Mega Milazzo, mit dem war ich ja 2004, war mal auf dem englischen, holländischen Grand Prix, und der Korman hat so über so ein Geländer so drauf gehangen und die, und die, und die, und die Arme, die Dalat hing runter, wie bei so einem geparkten Ami, so einem Transportjumbo da. War das so krass? Dann stehe ich da mit dem Micker und sage, ey, guck dir den an. Und dann sage ich zum Micker, was aber leider und schade nicht der Fall ist, ich sage, selbst wenn der nicht mehr trainiert, hat er immer noch 110 Kilo, sage ich. War der so brutal? Hat er 136 Kilo gehabt auf der Bühne. Ja, aber war der so, ich glaube, Heiko hat das schon gesagt, der hatte eben ein Paket, wo du dachtest, das sind richtige, er sagt, wie Heiko hat das so gesagt, der hatte einen Macker, der hat gesagt, das sind zwei Erläden gewesen heute. War der so brutal zu seiner Zeit? Ich meine, gut, da war ja dann 2006, der Wettkampf, wo der Markus mit in Österreich war. Da war ja Kattler das erste Jahr gewonnen, 2006, dann Coleman zweiter und der Markus dritter. Also ich meine, von der Breite her hat der Markus schon vermascht. Aber Jay Kattler hat Markus da von der Breite vermascht? Nein, der Markus hat den Coleman vermascht und den Kattler sowieso von der Breite her. Da gibt es doch dieses Video Österreich 2006. Ich weiß auch, Dennis James war Vierter, ich war Fünfter. Ich wollte gerade sagen, Markus, zu Night of Champions, das eine legendäre Video, wo wir da rauskommen. Also das ist überirdisch, das ist brutal. Sah schon brutal aus, zu der Zeit, ja. Ja, vor allen Dingen 2003, ich war ja, ich war da ja gerade, genau, eine Woche später sind wir ja zusammengetroffen, auf meinen ersten Kompi, den ich mitgemacht habe. Markus war Zweiter und gewonnen hatte darin Charles. Der war so groß wie Markus sein Bein und der gewinnt, verstehst du? Das, was ich nicht verstehe. Und Dritter war der Dexter, dann kam dieser Troy Alves, dann kam dieser Claude Prolx und ja, der war dann auch schon in die Jahre gekommen und dann war ich schon Sechster und dann kam der Heiko Siemter. Aber da sind wir aufeinander gestoßen, wo der Markus so extrem massiv war, bei der Arnolds, wo er Dritter gewesen ist. Aber bei der Night of Champions, da war ich auch noch nicht oben. Weil das war ja im Frühjahr, ich bin der erste März. Ja, ich weiß. Aber so ein Victor, so ein Jay in Bestform und so hat man schon, also hat man das schon gesehen, warum die weiter vorne waren? Oder war das auch Politik? Ja? Politik. Also Markus, sag ich mal, Markus, den haben sie und sehr viel betrogen auch. Also auf alle Fälle, bei der Arnolds, ja, der Kattler war einfach, das war, also Markus war, der Kattler war einfach ein X weniger, verstehst du? Der Kattler war 2XL und der Markus war 3XL. Aber auch hart, ne? Auch vor allem. War er ja noch jung, da war er ja auch erst mal gerade 30. Da bringst du halt dieses Rakete. Was er ja dann später nicht mehr brachte, wo ich ja ihn auch dann dreimal geschlagen habe, Markus. Ja, viel Politik, viel Politik, viel... Wenn der Rüh ein Amerikaner gewesen wäre, dann wäre wahrscheinlich noch viel mehr möglich gewesen. Oder zu mir kam einer und der hat gesagt, Ronny, du, so wie jetzt in Amerika, als Amerikaner, du bräuchstest nichts mehr machen. die sind alle gekommen, pass auf, ich war ja damals bei Mike Goldfield und die sind alle gekommen. Aber das hat ja auch der Dennis Wolf gesagt, dass bei mir das Management blieb halt falsch. Das, äh, mein Sponsor hat halt alles geblockt. Der Placement kam zu mir vom Maske, der Maske, ich meine, die sind immer wieder gekommen, wollten mit mir Interviews machen, die wollten mit mir Shootings machen und alles wurde nicht gemacht. Ja, wenn man so... Und dann sagen die, pass auf, und dann sagen die, der Roppel will nicht und dann kriegst du auch die Platzierung nicht. So läuft der Arse. So, du musst da mitspielen, du musst dabei sein, deswegen ist halt das mit dem Ohr, deswegen macht er das genau richtig. Macht mit dem Nick Walker Training, macht mit dem Bumstead Training, das wollen die Leute sehen und dann sagen die, hey, willkommen in der Family. Ich war, 2017 war ich ja ein Neujahr alt. Ja. Beim Weinberger. Und dann kam der Germanian, was ja nur der Oberboss ist und dann sagte sie zu mir, ah, wohnst du hier? Also jetzt auf Deutsch. Ich sage, nee, wohne in Germany. Wenn ich wahrscheinlich in New York gelebt hätte, wäre vielleicht alles anders gelaufen. Da dann auch noch, oder dahin gezogen wäre. Ja, weil es ist schon, also, ja, weil ich stelle mir das so vor, von Deutschland einreisen und einen einheimischen Platt machen auf der Bühne, der Kontakt hat es... Die wollen ja was haben, die wollen ja was, wo die sagen, du, pass auf, wir haben hier Matrix, wir haben hier den und den als Sponsor. Ich war damals bei Best Body und das war ja das, man muss ja sagen, ich bin ja, sieben, da war der Kai Green, da hatte ich zweimal die Arnolds gewonnen, neun und zehn und jetzt runde ich mich bei der Olympia vor ihnen, da hatte ich ja nochmal 20 Kilo mehr. Warum? Da muss ja irgendwas gewesen sein, wo sie sagen, okay, jetzt tun wir mal den Rockl belohnen oder was. Aber ich hatte keinen Sponsor, nix, der damit einzahlt, der sagt, okay, hier habt ihr 50.000 von mir oder ich lebe nicht dort, mein Englisch ist nicht so gut, dass ich da bei die Groß daherreden kann, mich dementsprechend ausdrücken kann. Und wenn du... Trotzdem haben sie es mir gegeben. Und das war für mich so ein Ritterschlag, verstehst? Aber du bist... Für mich ist das immer so an, als ob... Also, du bist aber stolz auf deine Karriere, oder? Ja, weil ich ja weiß, unter was für Voraussetzungen oder wie... Oder... Ja... Wie viele Leute sind jetzt in den Top 6? Das sind in den... Wie viele lange gibt es den Mr. Olympia? 55 Jahre oder was? Oder... Keine Ahnung. Jetzt rechne mal aus. Es sind ja viele, wie der Dexter, der hat ja 20 Mal oder 15 Mal mitgemacht. Es gibt vielleicht 250 Leute, die in den Top 6 waren bei der Mr. Olympia. Und da gehöre ich mit dazu. Aber trotzdem lässt mich das Gefühl nicht los, dass du ein bisschen bereust, dass du es doch anders gemacht hättest. Na logisch, klar. Das ist ganz klar. Weil ich glaube jetzt nach dem Erzählen, Entschuldigung, möchte ich jetzt sagen, nach dem Erzählen habe ich das Gefühl, es kommt mir so vor, als ob du zu viel mehr in der Lage gewesen wärst. Ja logisch. Und das wollte ich ja auch das Jahr umsetzen. Das ging dann in der Hose 2011. So. Da sollte eigentlich schon mal vier oder fünf reinkommen bei Olympia. Und... Ja, aber... Ja. Ich war damals 37 und keine 25 mehr. Und hatte halt Diabetes und man hat halt da irgendwie dann doch so rumgezappelt, weil man irgendwie nicht loslassen kann. Man hatte ja trotzdem noch seine Sponsoren, die alle gesorgt haben. Die halten alle zu dir. Weißt du? So. Und dann irgendwann einmal... Ja, das ist eine Thematik, die habe ich schon vorhin... Also das muss ich ansprechen. Ich habe dich echt... Also ich habe... Also Social Media ist das so, wenn man das nicht vergessen darf, du warst eine Zeit lang auch in Deutschland das Zug fährt, ne? Warst du? Ja, sicherlich. Ja. Und... Aber wie ist es, wie ist es, wenn du arbeiten gehst, wenn du kündigst oder wenn du stirbst, das interessiert keine Sau. Das ist halt nun mal so. Aber das war mir schon immer klar. Das sagt ja auch, wie gesagt, ich habe angefangen wegen Rocky zu trainieren und auch weil er das so sagt und da hat er gesagt, es wird ja nie... Wie hat er sich ausgedrückt, wo er mit seinem Sohn redet? Die Welt wird dich immer... Ja, die Welt ist... Immer, 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 immer zurückschlagen oder dich immer in die Knie zwingen wollen. Und dass das so ist, das habe ich schon immer gewusst. Ich habe halt für mich das Beste draus gemacht, weil ich damals dachte, es ist das Beste. Also auch die Zeit vor Manuel. Ich habe mich nicht getraut, mehr zu nehmen, weil ich dachte, okay, dann tue ich mich nur schädigen. Ich hätte es aber machen sollen, aber ich wusste es nicht. Aber vielleicht hättest du jetzt gesundheitliche Schäden dadurch. Vielleicht hat dich das auch geschützt. Das hat mir letztens einer im Studio, weil wir haben ja immer dieses... Das, was wir hier führen, das habe ich ja wöchentlich mit irgendwelchen Leuten, die das interessiert. Oder wenn ich im Gym bin und immer, ey, die Wortmacht, erzähl doch mal und so und so und so und ja, man hat halt seine Freunde oder Bekannten. Ich finde es aber gar nicht so schlimm. Vielleicht hat dich das vor etwas Schlimmeren auch bewahrt. Ja, vielleicht wärst du Top 3 gewesen, hättest damals, gab es keinen solchen Media, hättest vielleicht deine 40.000 Dollar mehr bekommen. Davon hättet das Finanzamt trotzdem wieder die Hälfte weggenommen und am Ende ist es bloß Geld und dann die Gesundheit ist immer das Wichtigste. Und jetzt kann ich mal sagen, mit 50, also ich würde mich jetzt noch mal ausziehen und irgendwo auf eine Bühne stellen wollen oder so, aber wo ich mir sage, okay, wenn ich mir so andere mit 50 angucke, die haben durch ihr Bier gesaufen einen anderen Leberwert. Verstehst du? Ich wollte gerade sagen, weil für mich kommst du relativ fit rüber für 50, muss man auch so ein bisschen, das muss man mal an dieser Stelle sagen. Hättest du für Top 3? Ich habe ja auch im Studio, ich bin ja in MC Shape, mache ich auch noch Teilzeit und ja, ich habe ja die Leute, ich habe ja nur mit Leuten zu reden, also das ist ja, ich muss da jetzt keinen Vertrieb machen oder so, aber ich bin da, mit die Leute zu reden und ich kann, und das, was ich sage, das funktioniert dann halt auch, also auch für den Normalverbraucher, also für den Normaltrainierenden und die hören dann schon zu und ich habe ja nur mit jungen Leuten zu tun und das macht halt auch viel aus. Mit Top 3 jetzt zu verdoppeln müssen alles? Reden wir von so einem Ausmaß? Bei der Olympia? Ja. Sicher nicht, aber das war immer noch zu wenig gewesen. Oh mein Gott, ich sage, ja, weißt du was, ich verstehe auch nicht, ich muss das einmal sagen, die sagen immer, ja, so viel nehmen wir gar nicht oder das ist gar nicht so viel. Ja, also ich habe ja mal geguckt, was ja hier, das hatte ja mal, da war doch das, da hatte mal, vor fünf Jahren hatte ich da mal von so Schwergewichts- Bodybuildern so den Stack reingemacht. Also, ja, also wo irgendwie drin steht, hier, was weiß ich, nur trennen irgendwie 1,2 die Woche, also 1,2 Gramm, also, ja, also, ich habe ja nicht einmal, nicht einmal ein Viertel davon gemacht. Verstehst? Also, ähm, und trennen hatte ich sowieso das erste Mal bei der Olympia 2009 drin, vorher nie trennen Bologen. Was? Ehrlich? Ja, ehrlich, ich hatte das erst, äh, durch die Zusammenarbeit mit dem Manuel. Die heutzutage, die trinken das für die Off-Season im Studium, McFit. Ich hatte immer genommen, dass mein Dienstes wurde, äh, war Dianabol, Propionat und Winstrol und das aber auch in Dosierungen, was weiß ich, ich war beim, beim Propionat nicht über 800 die Woche. Und guck dir die Bilder an, wenn du bei mir aufs Dings gehst von 2007 in Australien, wo schon mit dem Ben Steller da steht, guck dir die runden Muskeln an. Ich kenne, also, ich kenne deine Bilder, ich weiß, wie du aussahst. Wenn hier die Maus, die Mausmuskula, wo alles aufgebläht ist, solche Schultern, solche Pakete, das ist, aber das ist doch, ja, was soll ich, das ist, ja, weil wenn ich Sachen so sehe, dann denke ich mir, okay, die Hemmschwelle da ist, aber krass, dass du das so in dem Maß gemacht hast. Ich finde das schon, ja, weil ich gucke ja auch, ich habe ja auch mit Amis Kontakt und ich gucke ja auch viel, ich sehe ja auch viel und manchmal sehe ich was, wo ich sage, wie. Also, pass mal auf, was war da letztens von Marcos, war da nicht von Marcos, von Heiko drin, wo die Frage gestellt wird, was er sagt, zu 250 Testo, wo er einen Lachanfall gekriegt hat. Verstehst? Aber so, mach, in der Umgangssprache heute wäre es THT, bei den, bei den meisten, ist das, würdest du sagen, so wie du vorhin gesagt hast, Jay und Flex und so, die sind, die nehmen alle noch etwas? Ja, ne? Also, wo mir letztens der Flex Louis gesagt hat, das THT nehmen, da hat ja, da hat ja so ein Unterarm, so ein Unterarm, so. Ich höre dich nicht. Hörst du mich? Gab Komplikationen, heute ist die Technik hier, einmal war kurz weg. Hörst du mich jetzt noch, Ronny? Ja. Okay, gut. Thema, ich habe halt nicht so weit, also, von meiner Seite aus, wir können gerne die Fragen noch machen, zehn Minuten, die Community-Fragen. du hast noch etwas, was dir auf dem Herzen liegt? Nichts, weiter, also, mir fällt jetzt spontan nichts ein. Okay, gut. Erstmal danke ich dir für die offenen Worte. Ne, aber was ich noch sagen will, und das ist ja das in der schweren Zeit, wenn du halt so, ja, ich sage mal, ausgedient hast, dass ich halt mich echt gefreut habe, dass der Matthias Clemens auf mich zukommt und gefragt hat, machen wir Kooperation, weil ich dachte, jetzt will keiner mehr ein Sponsoring mit mir machen oder eine Kooperation, die haben ja auch immer ein bisschen was vor, mit mir oder mit uns, gemeinsam. Das stimmt, das stimmt. Ja, aber, selbst, das, das war ja, wie gesagt, das, was ich jetzt sage, das musst du aber rausnehmen, das reden wir jetzt privat, aber das ist jetzt zu gut. Nein, warte, sag es, wenn es zu Ende ist, lass mich das nicht rausnehmen. Okay, alles klar. Wir heben das, wenn es raus ist. Es sind Pläne, die noch nicht veröffentlicht werden dürfen, richtig? Ja. Okay, gut, das machen wir mal so. Aber ich sage dir was, selbst ich, wenn ich eine Kassablement-Firma hätte, würde sowas, also würde dich als Person sponsoren, weil dich das sehr interessiert. Da fühle ich mich echt geerbt. Ja, man muss mal, Leute, dürft ihr nicht vergessen, ich bin, ich lebe eigentlich für dieses Bodybuilding und ich habe, das ist für mich, das können viele nicht nachvollziehen, die, viele der neuen Sachen, die interessieren mich nicht, weil ich weiß, dass viele auch Blödsinn labern und Blödsinn reden. Wenn du da sitzt und du sagst, du hast 75 IFBB-Wettkämpfe gemacht, wir reden von 75 Profi-IFBB-Wettkämpfen, so viele Profis in Deutschland haben wir nicht mehr mit der IFBB-Pro-Card. Das muss man sich mal, wir haben gerade über einen Jay Cutler geredet, wir haben über einen Markus in seiner besten Zeit geredet, über Moni Comen, wer kann sich hinsetzen und das einfach so sagen in Deutschland, vielleicht eine Handvoll? Ich hatte ja letzte Woche das gemacht, mit denen, wo ich gesagt habe, dieses Vätsel, diese Frage, wo es dann halt den Gewinner gibt, der dann auch was bekommt von Zegg. und es sind ja 13 Mr. Olympia, mit denen ich oben auf der Bühne stand, immer irgendwo auf irgendwelchen Wettkämpfen. Und am meisten ja mit dem Dexter Jackson halt, das war ja immer mein, und jetzt musst du ja gucken, Dexter war Mr. Olympia, ich nicht, aber auf der FIBO 2.11 hätte ich ihn schlagen müssen, aber die Geschichte muss ich jetzt nochmal erzählen, und wenn es den Leuten zu den Ohren rauskommt, der deutsche Kampfrichter, der Maldäner, hat er ja verschlafen. An dem Tag hieß es, er kann nicht kommen. Und deswegen, da war ja auch der Albert so angepisst, weil, dann haben die, statt der Schuljett Berg, die Schuljett Bergmann hat gewährt, dann haben sie die Schwester noch mit reingeholt, und ist ja auch Walländerin, und die hatten einen Winkler auf dem zweiten Platz, einen Dexter auf dem ersten, und mich auf dem dritten. Ich bin dann Zweiter geworden, weil ja die anderen Kampfrichter mich auch weiter vorn gesehen haben, und am Ende hat nur ein Punkt gefehlt, und damals die Susanne Bock, die war Profi, Profi-Bodybuilderin gewesen, und die hat gesagt, dass der Dexter gekommen ist, und hat gesagt, verdammter Scheiße, wir haben ja keine amerikanischen Kampfrichter, heute gewinnt der Rocke. Weil, wie gesagt, man hat es halt auch an die Bilder gesehen, er hatte nicht die Beine. An diesem Dach hat er nicht die Beine. Dexter ist dann, aber dann hätte ich wenigstens sagen können, gut, Dexter, Ikone, aber dann hätte ich ihn an diesem Dach geschlagen. Das war 2011, ne? 2011, ja, er war 2008, er war Mr. Lippert 2008, er hat den Jackal-Land-Thron 2008. Genau, und mit ihm hatte ich ja allein 23 Wettkämpfe, ne? 23, mit ihm? Mit dem Dexter zusammen, ja. Habt ihr heute noch Kontakt? Ne, ne? Außer mal im Bild, wo man mal sagt, hey, wie geht's? Ja, aber der würde, der kennt dich richtig gut. Kai, der Kai Greene oder, ja, auch der, der Victor oder so, oder der, der Tony Freeman, da ist er auch schon lange raus. Aber gab es, gab es für dich so jemanden, wo du so, außer jetzt Vorni, wo du sagen könntest, okay, den Körper finde ich richtig schön, das finde ich richtig gut? Damals? Ja. Ja, klar. Also wahrscheinlich, jetzt war eh immer das, ne? Ja. drühen, jetzt, das war ja dieses Blatt und Gats, das Video, und dann, ja, im Auto trainieren und so. Und wie gesagt, ich gucke ja auch deine Trainingsvideos an, wenn du was reinstellst und denk immer, boah, der hat gut, der kann das noch machen, verstehst? Da bin ich dann immer so, dann denke ich immer so zurück. Ja, es gibt nicht in Deutschland viele, die das oft im Niveau machen, die so hart trainieren oder so schwere Gewichte da, wegballern. Das ist, den, den, jetzt denkst du da dran, dann im scheiß Lattdurm, bist doch irgendwo bei 70, 80 Kilo und denkst, ach du Scheiße. Ja, früher ist das Ding unten rein bei 135 und hast da weggezogen, verstehst, Untergriff und es hat ja einfach nichts ausgemacht, der ganze Turm hat gewackelt. Aber, ja, es war eine geile Zeit, aber wie gesagt, alles, alles hat ein Ende, ne? Alles hat ein Ende. Genau so, wie jetzt, wir kommen zu den Fragen. Die Community hat Fragen gestellt, ich habe immer geile Fragen, die, aber an dieser Stelle muss ich sagen, dass sich sehr, sehr viele gefreut haben. Ronny, ich glaube, du bist social mediatechnisch gar nicht so schwach, wie du denkst, die viele Leute, die viele Leute... Also, mir hat es schon gesehen, dass jetzt nach dem Hausbau dieses, dieser Content halt wieder hochgegangen ist und ich mache jetzt auch wieder ein bisschen mehr, aber ich will jetzt auch nicht immer, ich sage immer, es muss für mich einen Sinn machen, ich will nicht einfach so rauslabern, wo du halt sagst, vielleicht warten da die Leute drauf, aber, ja, also, ich tue jetzt auch nicht, um irgendwelche Likes zu kriegen, meine Tochter oder so präsentieren, weißt du? Nicht gut. Schönster Moment in deiner Karriere? Ja, wo meine Tochter geboren worden ist. Boah, krass. Guck mal, jeder Pokal, jeder Wecker vergessen, wo die Tochter geboren ist. Das war der schönste Moment. Nicht gut. Ja, klar, logisch. Wo hast du dich wohler gefühlt? 2-12 oder offener? Offener. Du hast mit Helge Seliger trainiert, wer war stärker? Ich. Machst du nochmal ein Comeback? Nein. Okay, das haben wir, wer war sein höchster Konkurrent international? Dexter, ne? Mhm. 23, wird kein Wettbewerb. 23. Wenn du heute in deiner Prime wärst und die Auswahl eines Coaches hättest, welchen Coach hättest du genommen? Manuel Bauer. Liebe Grüße an dieser Stelle an Manuel, den möchte ich auch gerne in meinem Podcast noch haben. Manuel hat mich für 2019 vorbereitet. Er hat auch sehr, sehr viel Wissen, meiner Meinung nach. Also, er hat, er hat, ja gut, wir haben ja 2, 10, 11 zusammengearbeitet. Ja. Okay, das haben wir, wie hat Diabetes deine Karriere beeinflusst? Positiv, negativ? Negativ hatten wir, ne? Negativ, ja. Wo siehst du die Deutschen in der Bodybuilding-Welt? In der offenen Klasse? Allgemein, Deutschland in der Bodybuilding-Welt, international. Ja gut, das ist ja jetzt schlecht auszudrücken, also man muss es ja schon trennen, ne? Also, groß, auf alle Fälle, wie du sagst, kann Mr. Olympia werden, wenn jetzt nicht irgendwo einer nochmal reingrätscht und die, in dem wir jetzt nicht auf dem Schirm haben. Oh, hier. Bist du der Meinung, dass du Gegenwind bekommen hast wegen deiner Herkunft und Dialekt? Sprech der Platzierung? Ja, haben wir gehabt als Frage, ne? Ja, Ach so, jetzt Amerika, und so. Ja, ja. Kontakt zu Markus Rüh? Ganz wenig. Okay, ja, viele haben das gefragt, so ein Profi auf deinem Niveau, wie, okay, wir machen es anders, ich stelle die Frage anders, wie machen das die Profis auf diesem Niveau, wenn die ins Ausland fliegen mit dem Stoff, wird das mitgenommen oder wird da die Kontakte geknüpft? also, ich weiß es nicht, mir hat sich auch keiner das Geheimrezept verraten, ähm, ja, also, die schmuggeln es halt irgendwo, aber, ähm, ich habe es immer so gemacht, wenn die Leute jetzt nicht glauben, bis auf das, ein bisschen, was weiß ich, Diuretika oder so, ich habe immer, ich bin ja immer ziemlich knapp geflogen und ich habe die letzten drei, vier Tage, ich habe nichts mitgenommen, das war mir alles zu heiß und das war ja das Lustige, ich bin ja dann auf die Arnold 2007, das erste Mal auf der Arnold Classic und bin dann, war ja da schon drei Tage dort und hatte nichts mehr und bin dann noch nach Australien geflogen, bin dann dort Toter geworden, Dexter war natürlich wieder Erster, klar, und, äh, hatte gesagt, ich hatte zehn Tage dann nichts dabei oder wie lange wir da weg waren, Fotoshooting gemacht, alles gemacht, ich hatte nichts dabei, weil es war mir alles zu heiß. Aber auch keinen Kontakt da gehabt oder gar nicht gewollt, dass man... Gar nicht Kontakt, gar nicht, gar nicht. Aber ich habe ja irgendwie mal erfahren, dass ja selbst viele Amis da, es kommt alles aus Mexiko und da viel Scheißdreck dabei ist. Ja, das stimmt. Das ist wirklich... Aber ich hatte, mich hatte immer das Glück, dass sie mich am Zoll immer sehr viel gefilzt haben und deswegen habe ich es wieder geleistet. Das stimmt. Das stimmt. Okay, einen Moment, ich muss hier die Fragen aufmachen. Einen Moment. Es sind nämlich zu viele. Zu viele, die wir aber auch geklärt haben. Also wir haben viel frei raus... Wir haben viel frei rausgeredet. Wenn du eine Möglichkeit anders gemacht hättest in deiner Karriere damals und du müsstest dich für eine Sache entscheiden, welche wäre das gewesen? Einer Sache anders. Ja, Stoff. Ja, wahrscheinlich. Das habe ich jetzt rausgehört. Zu zimperlich gewesen. Was heute, sage ich nochmal, aber einen positiven Einfluss auf dich hat. Du bist fit. Ja, und ich brauche mich nicht um diesen ganzen logistischen Scheiß zu kümmern und immer, wo kriege ich das her, wo kriege ich das her, wo tue ich das hin, damit es keiner findet. Und ja, es ist halt einfach... Das ist ja immer eine logistische Frage, ne? Ja. Du arbeitest jetzt aber noch? Teilzeit. Dieses im Studio, oder was war das? Ja, beim Yasin im MC Shape. Okay. Sonst haben wir eigentlich alles. Viele sagen, danke Ronny, du bist sehr bescheiden, sehr unfassbares Vorbild. Viele haben Vorbild geschrieben. Vorbild. Gibt es die alten Videos noch von dir auf Team Andro? Gibt es das überhaupt noch? Ja, ich denke schon. Also, es müsste ja was drin sein, hier vom Ironman 2-9, oder was ich jetzt noch weiß. Wenn du noch früher Vater geworden wärst, hättest du deine Carrere früher beendet? Nein, nein. Nee, das war ja immer... Also, Daniela war ja auch Wettkampfbottigwetterin gewesen. Gut, sie hat halt viel eher aufgehört, mit 32. Aber wir wollten eigentlich nie kennen da, weil wir gesagt haben, okay, wir leben das Leben mit dem Sport, aber es kommt immer anders. Bist du heute glücklich? Hm? Bist du heute glücklich? Ja. Ja, also, ich denke immer manchmal, was, der Tag ist so schnell rum, was willst du jetzt noch anders machen? Verstehst du? Und vor allen Dingen, man muss ja sagen, jetzt in dem Alter, mit 50 halt, was will man jetzt erwarten? Ich meine, das war ja das Schöne, durch die ganzen Wettkämpfe, ich war ja überall gewesen, für mich war es immer, ich war immer wieder froh, wenn ich zu Hause war. geht es mir ein bisschen so wie im Roman Fritz, Hauptsache ist trainieren und essen und deine Ruhe, so dieses Rumreisen, wenn ich sehe, du musst dorthin und dorthin und dorthin, klar, das macht alles Spaß, aber, ja, also jetzt würde ich es nicht mehr haben wollen. Ich war ja einmal, ich war 2017, war ich nochmal auf einer Messe in Dubai, das ist alles so anstrengend. Ja, du musst ja immer, du musst ja immer ein Shape sein, du musst immer, du weißt ja, mit der ganzen Fresserei, mit der ganzen Logistik und, ja, herauf, das ist alles so anstrengend. Irgendwann mal, weißt du, ich meine, wenn du, so wie manche Profis, alle drei Jahre einmal auf die Bühne gehst, dann kann man das machen, aber wenn du ständig reist und das machen musst, ich glaube, das ging so auch mal, wo es ist, das ist einfach dein ganz normales Leben. Stimmt. Da denke ich manchmal, es gibt Leute, die verdienen Schweinekohle und dann denke ich, für was, für was, mit was oder warum, aber das ist so, die Leute entscheiden das, gehen hin, ich meine, ja, wieso verdienen die so viel, die rennen 22 Mal den Ball hinterher, verstehst du? Also ich kann dir sagen, dass, ich glaube, du bist reicher als viele, auch die vielleicht nicht, also die, auch wenn, vielleicht mit ein bisschen weniger Geld, du hast eine Familie, du bist gesund als Bodybuilder und, ich sage mal so, du hast Erinnerungen erlebt, die dir am Ende des Tages keiner nehmen kann. Ich glaube, sportlich gesehen, sportlich gesehen, hast du sehr, sehr viel zu erzählen und deswegen wollte ich dich auch hier haben, weil ich glaube, du kannst unfassbar viel über Geschichten erzählen, Wettkämpfe, was da alles passiert ist und das kann dir am Ende des Tages kein Geld der Welt geben und das kann dir auch niemand mehr nehmen, diese Änderungen bleiben bei dir und ich glaube einfach, dass das, also wenn ich Vollblut Bodybuilder wäre, so Wettkämpfe machen würde, dann würde ich sagen, du bist so vorbildstechnisch, was so Wettkämpfe angeht, das muss man erst einmal hinlegen, das muss erst einmal einer kommen und das muss erst einmal einer so machen. Genau und das war ja immer das, weil die Leute immer gesagt haben, warum machst du so viel Wettkämpfe und dann sage ich ja, irgendwann mal kommt der Tag und ich kann keine machen und jetzt ist dieser Tag oder schon mehrere Tage und dann sage ich, okay, ich habe es erledigt und liege dann nicht irgendwann mal auf meinem Stärkebett und sage, Scheiße, hätte ich mal das und das gemacht. Ich meine, klar, Geld, 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 also wie gesagt halt, meine Mutter sagt immer, weil ich habe da das Video gezeigt von Jake Hartz, ich habe gesagt, guck mal, der hat eine 400 Quadratmeter große Wohnung und dann sagt sie, oh ja, du kannst nur an einer Stelle stehen und den ganzen Tag ausdrücken. Das Spruch an dieser Stelle von Mama Wuckel. Ja, das war es von meiner Seite aus, es sei denn, du hast noch was zu erzählen, dann gerne, aber dann würde ich den Abschluss machen. Aber ich würde dich gerne, ich sage das mal wirklich so, irgendwann, also wenn du die Zeit hast, wir sind ja auch jetzt Teamkollegen und ich hoffe, ich würde auch gerne für ein, ich würde auch gerne mal trainieren mit dir. Ja. Ich würde auch gerne einen persönlichen Talk haben. Oh Gott, du mit denen ist. Nein, warte, ich habe, ich komme auch zu dir. Du bist quasi Vater und Sohn-Training hier. Ja, aber ich hätte, schreib es in die Kommentare, aber ich würde gerne, ohne Spaß, würde gerne mal einfach, muss das nicht mal für YouTube sein, einfach so, ich würde gerne mal mit dir trainieren, was essen, einfach mal ein bisschen anhören, weil, ich finde das interessant, ich mache jetzt hier auch, ich mache auch so ein kleines eigenes Gym, was heißt kleines, das ist ein eigenes Gym, da bist du auch herzlich eingeladen, wenn du mal Bock hast. Dann gehen wir hier was essen, Pfeife rauchen tust du bestimmt nicht, du rauchst nicht, oder? Abends, triff mal eine. Ja, eine, okay, das geht, das ist in Ordnung. Okay, ja, ansonsten bedanke ich mich bei dir für deine Zeit, das war, das ist kein, das war, wenn ich es so bisher sagen darf, das spannendste und beste Gespräch von der Podcast-Reihe für mich. Okay, das ist so, ja, weil, das ist immer so mit jemand, weil für mich ist das auch so, ich habe früher immer Videos geguckt und ich habe gesagt, boah, der sieht so gut aus, der hat einfach alles, der sieht so prall aus, das sieht so, weil du warst schön auch, es gibt ja einmal dieses Massive und es gibt massiv rund, prall und schön und das habe ich immer gesagt, ich so zu meinem Bruder, ich so, ich so, guck mal, wie der Rocco aussieht, wenn der Schreckbankdrücken macht, wie das die Brust aufpunktet und wie das alles aussieht und, und dann, ich so, boah, das sieht so gut aus, ja, weil du hast ja früher nur, du hast ja sowas nur dir angeguckt, wenn du, wenn du da, also du hast, ich habe mich auch selber immer gefragt, wie machen die das, wieso sehen die so aus, weil früher gab es diesen Informationszufluss nicht, den du heute hast. Ja, man hat ja halt einfach nicht die, das Spiegelbild, wie es, wie man auf andere wirkt, verstehst, wie ich ja vorhin sagte, wo ich den gesehen habe, den Mr. Chemnitz von, äh, von 92, dann denke ich, ach du lieber Gott, und dann kommt der Frank Hillebrandt, macht einen Gastauftritt und dann denke ich, was ist denn das? Das ist wie, es kommt ein Saurier und dann kommt noch ein größer Saurier, weißt du, dann kommt der Jets und der hat dann wieder alles gesprengt und, selko, wenn ich mich jetzt sehe, dann denke ich, das war ja brutal, aber wenn ich mich damals gesehen habe, ich habe mir in den Spiegel geguckt, ein Saurier zu dünn. Nee, das ist für dich, ja, das ist unsere Bodybuilder-Krankheit. Damals, wenn ich jetzt die Bilder sehe, dann denke ich, äh, war schon brutal. Das ist schon, damals, ich habe gestern, ich habe gestern noch mal ein paar Bilder angeguckt, so, ich dachte so, boah, der sieht, wo ich dachte hier so, wo ich dachte so, was ist, da, das war 2011 auf der Arnold's in Europa und Spanien war das. Das, wo war das? Das war Olympia, 2010, 2010 war es sechs, aber. Unfassbar, unfassbar. Ja, ich bedanke mich für deine Zeit, ich danke der Community fürs Zuhören. Was wir ja, was wir, was wir ja noch machen können, jetzt ist ja bald die Olympia und ich würde gerne meine Top 10 sagen. Sag, ich sag auch. Ne, lass uns Top 6 machen. Ja, okay, Top 6. Gut, ich hätte gesagt Top 10, weil, äh, Ja, aber Top, Top 6, also so zum, wir können auch Top 10, aber, Ja, machen wir Top 6, ist mir egal. Also, auf dem ersten habe ich einen Rami. Ja, warte, warte, wir machen erst, wir machen, wir machen, wir machen so, ein du, ein ich, Top 1 sage ich Rami. Weil, ich glaube, den wegzuhauen mit zwei Titeln und in der Condition, die er jetzt gerade aussieht, sah er noch nie aus und du musst immer ein bisschen mehr bringen, um den Champion wegzuhauen, schwer, würde ich jetzt mal sagen. Ich wurde ja jetzt einen Zweiten, du sagst einen Zweiten, ich sag einen Zweiten, wenn jeder begründet, warum? Also, ich sag dir ehrlich, Zweiten nennen wir dann Hardy oder einen Brandon? Ich nicht. Oh nein, du kommst mit Andrew Jack oder sowas? Nein, nein, ich sag David Lanz vor. Ach so, warte, ich nehme zurück, der hat Einladung für die Offene gekriegt, ne? Und hast du den Rücken gesehen? Ja. Hast du den Rücken gesehen? Ja, okay, warte. Für die Beine. Okay. Und der ist jung und ist amerikanisch und dann sagen die den, wie damals mit dem Kattler, der war ja auf dem ersten Olympia 99 Letzter oder Vorletzter und dann zack, war er neben Coleman gestanden und das machen die jetzt mit dem Derek Lanz vor. Da verwette ich meinen Arsch. Dass die ihn schon darauf vorbereiten, weil er auch dieses Amerikanische mitbringt? Der ist ja so ein Amityp und ich weiß, was du mir sagst. Ich weiß, worauf die noch... Okay, dann sag du den, dann sag ich... Boah, ich sag Brandon. Ich sag drei, hab ich in William schon. Bonac? Ja. Der sah gut aus, beim guest posing. Hast du gesehen, ne? Ja. Warte. Drei. Was? Warte, warte, warte. Drei. Vier. Guck mal, das Ding ist, lass uns das einmal kurz thematisieren, das ist unfassbar gut. Du bist jemand, der könnte... Ich finde jetzt hier den Podcast rein. die Neuen zum Beispiel, so ein Andrew Jack, der zwar nicht Neues, aber der so die Annotts gewonnen hat, dieser Andrew. Ich finde zum Beispiel, Hunter LeBrader hat einen sehr, sehr großen Sprung gemacht, auch was Qualität angeht. Der wird auch von der amerikanischen Community gut, also positioniert. Ian Valleer sieht nicht schlecht aus, Nick Walker sieht nicht schlecht aus. Das ist alles ziemlich... Es gibt, wie gesagt, es sind ja schon mal dieses Jahr, glaube ich, 30 auf dem... Es kommt noch einer dazu, dann 31, sind, glaube ich, schon Olympia qualifiziert in der Offenen. Warte, wir haben Rami, Derek, du hast Bonack, aber wie findest du denn Hardy? Den Hardy durch seine Schultern, weil die so komisch aussehen, kommt da, also ich sage vier, vier sage ich William Bonack, vier sage ich Brandon Curry, bei dem gehen die ein bisschen die Beine zurück, durchs Alter, und der hat ja nie so gute Beine, also es war nie so ein Beinveranlagter, die waren schon gut, aber nicht so, weißt du, wie ich meine? Okay, dann machen wir den fünften. Den fünften habe ich den Hardy dann und auf sechs habe ich den Nick Walker. Wie findest du ihn? Von der Muskelmaße sehr beeindruckend, aber vom Aussehen her gefällt er mir nicht. Ja, weil viele... Es gibt nur eine Pose, die wirklich gut ist, das ist von hinten die Doppelbizep. Ja, wegen dem Arsch und wegen dem Hamstring, wegen dem Glut sieht der auch brutal aus, von hinten. Hast du mal gesehen? Ja, weil der Rücken halt schön von hinten schön ist, also es gibt ja Leute, die haben... Das war immer mein Problem, ich hatte eine sehr gute Doppelbizep-Pose, aber der Latz-Bread von mir war jetzt nicht so... Guck mal, es gibt... Ich gucke auch den Podcast von den Amis, von Ford Abiyat, The Real Bodybuilding Podcast, da reden die, da sitzt auch Nick Walker und er sagt, eiskalt, Eric Lansford, der wird alles schlagen irgendwann. So was habe ich noch nicht gesehen, hat er gesagt. So wie du das gesagt hast, er hat gesagt, wenn der mal eine... Der hatte, man darf nicht vergessen, der hatte wohl noch nie eine richtige Off-Season, wegen der 2-12er-Limits-Klasse. Aber ich habe ja schon letztes Jahr gesagt, da passt der gar nicht rein, deswegen hat er so deine Beine gehabt, da muss der Gewicht machen. Ja, und da haben die gesagt, der hatte noch nie eine Off-Season, und da haben die gesagt, wenn der sein Potenzial einmal ausschöpft und eine richtige Off-Season macht, ohne Gewichts-Limit, und das Vakuum behält und die Form, die er hat in der Off-Season, da hat er gesagt, da wird es für jeden gefährlich. Für jeden. Er ist auch noch jung, so wie du gesagt hast. Nein, er müsste jetzt 28 oder höchstens erst 29 sein. Ja. Okay, dann mach den siebten auch. Ich gebe dir deine Top 10 heute. Und du, check it. Ja. Ich finde den aber beeindruckend, Ronny. Ich fand den nicht schlecht, der kam aus dem Nichts. Und Ja, Der hat ein bisschen, ja, der hat ein bisschen was von Sean Roden. Ja, Hat er, ne? Okay, dann mach den auch, ja? Dann der Hunter Labrador. Hättest du den nicht gut? Ich finde, der hätte letztes Jahr nicht vor dem Nichts gehört, weil die Bauch, wenn der am Bauch anspannt, dann verschwindet das irgendwie so komisch. Das sieht dann nicht, der hat dann den Bauch nicht so schön. Denen fehlt die Härte auch ein wenig. Wenn die Doppelbizepose und jetzt, ähm, wenn der jetzt Gastauftritt macht, ja, da ist der gut, aber halt, wie gesagt, wir reden auf einem sehr hohen Niveau, also, da fehlt, irgendwas fehlt da halt noch. Kann ja noch kommen, aber der ist da gut vernetzt, das weißt du, wegen seinem Vater auch, ne? Ja, deswegen hab ich ja gesagt, deswegen ist er auch Vierder geworden. Ja, der ist da sehr, sehr gut, sehr gut vernetzt. Okay, machen wir den Neunten? Nee, das war der Siebte oder? Der Achte war der Hunter. Neun? Da hab ich den Griechow, weil sie den auch haben wollen. Achso, den, äh, der Neu-Profi geworden ist. Ja. Den vermarkten die auch gut, ne? Ja, und er hat nochmal jetzt einen gründlichen Sprung gemacht am Rücken, hab ich gesehen. Okay. in der, in der, in der Doppel-Bizep-Bose und auch in der Latz-Bose. Und, und, und der Zehnte? Samsung Dota. Samsung Dota. Ach, ich weiß, der von, ich weiß, der, ähm, Dunkelhäute, also der Farbige, der Dunkelhäutige. Ja. Der auch massiv. Wie, wie ist rückblickend diese Top 10 zu früher? Schwach. Zu früher? Ja. Also sagen wir mal, die ist besser, wie es jetzt die letzten Jahre war. Die letzten drei Jahre. Ja. Ne? Seitdem auch der Dennis nicht mehr dabei ist und, ähm, ja, Phil halt auch raus ist. Aber, wie gesagt, die Top-Leute, wo ich fand, das war nicht meine Zeit, sondern es war die davor. Mit Flex Wheeler, Leroy, Leroy, und so, solche Leute, also die. Hast du Nasser in echt gesehen? Da stand mit mir Night of Champions 2004 oben, äh, ich war 14er, er war 15er. Aber da war ja seine Zeit vorbei, also das, man hat ja gesehen, man hat ihn operiert, man hat ja das Öl rausgeschnitten an die Schultern und so, ne? Und, ähm, ein Phil Heath zu seiner Glänzzeit, 2011, schön. Ja, das ist total. Da wird zwar, ey, da kommt bei der Pressekonferenz, bei, 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 bei Meeting hier, wo du deine, deine Starterlizenz kriegst, da kommt der rein und hat so ein Ding, ist, irgendwas gesehen hast, da hattest du ein langes, rotes Shirt an, das hat so ein bisschen gespannt und dann denke ich mir, äh, hat er gar kein Kreuz irgendwie so, ne? So, Hals, dann gleich so die Schultern und dann zieht er sich aus auf dem Wettkampf, da ist denn, da bin ich gleich hin, hab gesagt, du hast gewonnen. Also, da hat er gesagt, oh, danke, ich sag, du siehst so super aus. Sieht man das schon, wenn die sich ausziehen, was Sache ist, auf dem Niveau? Ja, das haben die auch bei mir gesehen, 2007, weil ich war 2008, 14er und dann hab ich ja 2009, äh, 2007, 2009 den Sprung gemacht auf dem 7., wo ich halt dann mit Manuel dort war. Und dann sind wir hin und dann haben sie, dann haben die ja den Trailer gemacht, dann hatten die schon ihre Top 15, da war ich nicht mit gestanden, ich bin dann 7. rübergeworden. Das ist dieser Wow-Effekt, holy shit, was ist hier los, wo kommt der her? Da bin ich auf die Bühne, da bin ich auf die Bühne und alle so, waren dann so ein Raunen hier durch die ganze Halle und wo ich mich dann, die haben immer gesagt, der Rocking ist gut, aber sein Rücken ist schlecht und dann hab ich mich rumgedreht und dann hat's geballert. Geil, Hammer, das meine ich, das ist so. Dann hatte ich ja, dann hatte ich ja nochmal den Vergleich mit dem Martinis, der war ja Sechster und dann kamen immer der Flex Wieler und der Jean Ray, die haben gesagt, du hast ihn, du hast Top 6. Er hat dann halt 7 bekommen, ich hab dann halt 7 bekommen und ja, der Busek war völlig am Ausflippen und sagte, jetzt bist du, jetzt bist du mit drin hier bei den Rittern, ne? Ich glaube, du hast da eine rote Rose an, oder? Rote Posi Rose? Ne, 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 ne grüne. Die rote hatte ich 2.8. Das ist auch gut. 2.8 gibt es ein krasses Video, glaube ich. Und das sah auch brutal aus. Wow. Okay. Ja, aber da war wieder das, da war wieder das, da kam dann der Eifer zu mir und hat gesagt, Ronny, was denkst du, was du für einen Platz hier machst? Und dann sage ich, so wie die Callouts waren, zwischen 11 und 14. Und dann sagt er, ja. und dann sagt er, du weißt warum, mehr hat er nicht gesagt. Warum? Es wurde nie aufgelöst, aber irgendwas war gewesen, was nicht gepasst hat. Jetzt nicht mit meinem Körper, sondern halt mit dem wahrscheinlich ganzen Drumherum oder so. Ja. Was soll ich dir sagen? Aber ich war dann, wir waren dann, drei Wochen später, waren wir in Rumänien, Dexter war ja Mr. Olympia und ich war dann Zweiter und dann hast du dann die Körbe gesehen nebeneinander und dann sagst du dir, okay, du lebst im falschen Land, du hast den falschen Sponsor und ja. Ja, ja, ist so. Ja, ja. Wir machen, wir machen eine zweite Runde. Das war unfassbar spannend. Ich, ja, wie gesagt, ich kann ja, wenn ich manchmal mit Leuten rede, kann Tage reden, das ist so, das ist für mich, ja. Was ich erlebt habe in Frankfurt und zu meiner Bodybuilding-Zeit und was ich durch den Roland getroffen habe in der Disco und ja, und alles so. Okay, gut. Ich bedanke mich bei dir, danke Leute fürs Einschalten, guck bei Ronny, YouTube-Kanal, Instagram, lass ein Like da, Abo da, ich bedanke mich bei dir, ich verabschiede mich jetzt von der, von der, sehr viel Spaß gemacht und sehr gerne immer wieder. Hammer. Ja, wir können jetzt noch in diesem Sinne euch allen einen schönen Sonntagabend, kommen morgen, gut in die neue Woche, erfolgreichen Wochenstart, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.